Ja, zweifel Kaffee. Du hast einen Buckel. Das ist mir egal. So sieht keiner. Es ist kalt, weißt du? Ja, ich weiß. So, gleich geht's los. Kannst du kurz hinten mal raus filmen oder willst du so lachen? Ich frage mal ganz kurz in den Facebook-Chat, sind wir da draußen zu hören? Das ist ja schon mal gut, weil Bild sehe ich, sind gerade die Spieler zu sehen. Nächste Begegnung. Oh, hört man uns schon? Ja, hört man uns sehr gut. Facebook-Chat sagt, ja, klappt. Das freut uns natürlich. Es sind auch schon einige Zuschauer auf der wunderschönen, bereits besonnen Naturtribüne. Ich bin ein bisschen neidisch auf die Sonne. Ja, groß an die Zuschauer. Toll, dass ihr um die Uhrzeit schon den Weg hergefunden habt. Ja, das gibt's eigentlich auch nur bei Paintball. Sonntags morgens um acht. Am Muttertag. Am Muttertag. Ich hoffe, ihr habt alle Frühstück gemacht für die Mama und schön geweckt heute früh um fünf, als ihr los seid. Ja, die Marshalls begeben sich auf das Feld. Die erste Begegnung ist der amtierende deutsche Meister. Breakout aus Spa, was sozusagen fast in Deutschland liegt, aktuell in Belgien. Und wen haben wir als zweites Team? Clone Hurricanes. Aufsteiger aus dem letzten Jahr. Ich bin sehr gespannt. Ich muss natürlich dazu sagen, an Neuerungen dieses Jahr, es gibt kein Sideline-Coaching mehr. Das heißt, die Teams sind viel stärker darauf angewiesen, miteinander zu kommunizieren. Und 30 Sekunden sind angezählt für die erste Begegnung der spannenden Saison 2012. Deutsche Paintball Bundesliga. Erste Deutsche Paintball Bundesliga. Zehn Sekunden noch. Und los geht's. Beide Seiten sind in ihren Deckungen angekommen. Keiner verloren gegangen. Doch bei Breakout geht der Erste. Die Hurricanes sind schon im M bis ins M vorgekommen. Steht auch relativ sicher. Der nächste bei Breakout ist schon rausgeflogen. Die Hurricanes immer noch vollzählig und auch schon drüben in der Snake angekommen. Nein, die Hurricanes verlieren aktuell zwei Spieler. Es gibt ein One-for-One. Drei Spieler raus bei den Hurricanes. Die Snake ist immer noch besetzt bei den Hurricanes. Breakout kommt jetzt hier über die Tippies. Nur noch ein Hurrikan und zwar der in der Snake. Und der wird, so wie es aussieht, geholt und ist auch raus. Damit werden, wenn die Refs uns das Signal geben, mit ziemlicher Sicherheit Breakout Spar den ersten Punkt gemacht haben. Übrigens ist richtig, es ist natürlich Coaching nur untersagt von den Pits aus. Zu Breakout Spar ist zu sagen, Breakout Spar hat in der letzten Saison 2011, als sie deutscher Meister geworden sind, lediglich zwei Punkte abgegeben. Also zwei Begegnungen abgegeben und stehen entsprechend gut da. Nächste Begegnung, auf die ihr sicherlich sehr wartet, ist der amtierende Vizemeister Frankfurt Syndicate gegen St. Pauli Mayhem. Ebenfalls Aufsteiger. Und das Spiel ist losgegangen. Bei Mayhem alle angekommen. Syndicate ebenfalls alle angekommen in ihren Deckungen. St. Pauli verliert die ersten zwei Spieler. Bei Syndicate noch. Syndicate auch einer. Patrick Wrobel. Ne, Steffen Laubach. Aus der Mitte. Ne, er verliert zwei weitere Spiele. Nur noch... Ah, drei weitere. Schade. Und das war's auch schon. Das ging schnell. So, schneller kurzer Punkt für Frankfurt Syndicate, die sehr verhalten eigentlich gestartet sind, die erstmal geschaut haben, dass sie sicher in die Deckung gekommen sind. Während St. Pauli probiert hat direkt in die Snake zu kommen, da aber auch sehr schnell zwei Spieler verloren hat. So, und dann kommen auch wieder die Cologne Hurricanes aufs Spielfeld und Breakout Spar. Breakout Spar führt mit einem Punkt, hat die erste Begegnung sehr klar gegen den Aufsteiger Cologne Hurricanes gewonnen. Hurricanes schon wieder vollzählig auf dem Feld angekommen. Ah, da kommt Breakout. So, und ziemlich zackig geht es jetzt auch hier gleich weiter. Und das Spiel ist on. Wieder auf beiden Seiten alle angekommen. So, und es gibt auch direkt wieder einen One-for-One gegen die Cologne Hurricanes. Hurricanes verlieren zwei Spieler damit. Breakout ziemlich aggressiv, schon in den Fifties. Hurricanes verlieren die nächsten Spiele. Und noch einen und ich glaub, das war's schon. Ziemlich eindeutig bekommt der Aufsteiger aus der 2. Nordischen Bundesliga vom amtierenden deutschen Meister Breakout Spar gezeigt, wo der Badl den Most holt, wie man in Süddeutschland sagt. Sagt man das so? Das sagt man dort so. Das hast du dir gerade ausgedacht. Nein, hab ich mal gehört. Ah ja. Ja, herrlich. Eine schöne schnelle Partie. Syndicate kommt auf das Feld. Mayhem auch. Zumindest 4. Ah, ne. Da. Da ist der Fünfte. Nein, der Fünfte geht wieder. Bist du Bisschen? Bist Du, Bisschen? Bist du auf Drabatte? Ja, was ist meine Fünfte. Das sagt man's? Es ist alles in der Arena? Hi. Bist du? Garf es? Kist du nicht? Bist du nicht? Mayhem ist nur mit vier... Bist du nicht? Gist du nicht? angekommen. Auch bei Syndicate sind alle Spieler in ihren Deckungen angekommen. Wobei, ich sehe, da geht der erste Syndicate-Spieler. Und der nächste Syndicate-Spieler? Nur noch drei Spieler von Syndicate-Brinne. Bei Mayhem ist noch niemand gegangen. Und der nächste Syndicate-Spieler verlässt das Feld. So wie es aussieht, nur noch aktuell zwei oder einer. Zwei oder einer. Sehen wir vor dem Snake-Eingang. Ich muss natürlich sagen, Syndicate verfügt über eine extrem gute Spielpraxis. Das heißt, es ist noch nichts verloren. Und da fliegt auch gerade. Der vorletzte Syndicate-Spieler hat noch ein Spieler von Syndicate-Brinne. Der rechts ist eine kleine Deckung. Der wird geholt. Der ist auch raus. Oh. Ja. Mayhem. Eine kleine Überraschung. Damit hätte ich persönlich nicht gerechnet. Denise, wie siehst du das? Persönlich gerechnet oder Daumen gedrückt? Nein, persönlich gerechnet habe ich eigentlich. Persönlich gerechnet wahrscheinlich eher nicht. Gegönnt auf jeden Fall schon. Mayhem hat sich schließlich den Aufstieg hart erkämpft und die haben auf jeden Fall Bock hier richtig zu rocken. Und wenn die so weitermachen, läuft. Das werden wir sehen. Also ich sage ganz klar, dass Frankfurt Syndicate vielleicht diesen Wake-up-Call gebraucht hat. Da kommt noch einer. Da kommt garantiert keiner mehr. Wir sind nicht parteiisch. Ich bin auf jeden Fall parteiisch in diesem Fall. Dann darf ich es auch zugeben. Ich bin für Mayhem. Klare Sache. Ganz klar, Frankfurt Syndicate. Ja. Wie sieht es der Chat? Mayhem-Fans? So. Nächster Punkt. Hurricanes gehen Breakout. Breakout geht direkt vor bis ins M. Mutig, aber angekommen. Sehr schön. Und über die Snake-Seite geht es jetzt auch voran. Und da verlieren die Hurricanes schon direkt in Center. Breakout Spa im Millennium M. Ankommen. Und der nächste Hurricanes-Spieler muss leider gehen. Breakout jetzt mit zwei Leuten auf den 50s. Der nächste Hurricanes und noch einer. Ein schneller, schneller Punkt. Die machen... Oh, je, je, je. Die machen echt Druck. Ein extrem schneller Punkt für Breakout Spa. Da sieht man ganz klar, dass es ja einen Leistungsunterschied zu geben scheint. Oh, guck mal, Karin. Anja meint, du siehst fertig aus. Sie soll an dir rütteln. Wie bitte? Du siehst fertig aus. Ich bin überhaupt nicht fertig. Ich bin topfit. Mir ist nur ein bisschen kalt. Ja, kalt ist sehr. Das Schöne an den Doppelbegegnungen in diesem Modus der DPL ist natürlich, dass die Spiele sehr schnell hintereinander laufen. Deshalb muss auch schon St. Pauli Mayhem direkt aufs Feld, die sicherlich noch ein bisschen zu putzen hatten. Ob der Kaffee schmeckt? Natürlich. Hat sich jemand schon getraut, Kaffee zu rütteln? Ja, ich habe schon den zweiten Becher. Und du siehst so fertig aus. Was sagt uns das? Dass ich noch mehr Kaffee bekomme. Fing ja weg vom Kaffee. So, weiter geht's. Bei Mayhem kommt ein Spieler nicht an. Hintenlinks im Center. Syndicate ist mit allen Spielern in Entdeckung angekommen. Ja, und ein One-for-One auf Mayhem-Seite. Drei Mayhams raus. Jetzt geht es sicherlich vorwärts. Vier raus. Und der letzte Mayhem-Spieler wird jetzt auch geholt. Und Steffen Laubach rennt zum Wasser. Eine kurze Partie, Denise. Was war los mit Pauli Mayhem? Ja, die wollen Syndicate jetzt erstmal ein bisschen die Chance geben, noch aufzuholen. Bevor sie dann jetzt gleich richtig durchstarten. Meine Prognose ist, die machen in dieser Begegnung keinen Punkt mehr. Syndicate ist wach geworden. Wollen wir wetten? Dürfen wir wetten? Wir wollen gar nicht wetten. Du verlierst eh. Mayhem macht Minimum noch einen Punkt. Das werden wir gleich sehen. So, aber es geht auch direkt weiter. Breakout-Spar, Cologne Hurricanes. Kann mir mal einer die Punkte von Mayhem schreiben? Mayhem ein Punkt. Syndicate zwei Punkte. Hingegen Breakout-Spar drei Punkte. Cologne Hurricanes null Punkte. So, es geht auch gleich zackig weiter. Das war's für dich? Ulf, wird das heute... Bermuda-tauglich. Ja, klar. Komm in short. Hallo, Micha Rauschenberg. Ganz kurzer Kommentar. Bermuda-tauglich vielleicht zwischen 16 und 17 Uhr. Wobei die zahlreichen Besucher auf der Sonnenseite der Naturtribüne der Draxos Arena in Solms haben es garantiert mal gefühlte 10 Grad wärmer als auf Kommentatoren-Turm. So, weiter geht's gleich. Wie, du kommst nachher nicht in Flip-Flops, Micha? Eine Heizung, Sebastian, wäre Deluxe. Sitzheizung. Und los geht's. Breakout verliert den ersten Spieler ebenso die Cologne Hurricanes. Dafür sind die Hurricanes schon bis in die Snake gekommen. Breakout besetzt das Millennium M nach. Da geht auch der Backcenter von... Und es gibt ein Run-Through von Breakout. Und damit sollte es 4 zu 0... Oh, oh, oh. Na? 4 zu 0 stehen. Du hast keine Zusatzstrafe mehr. Okay, nur rausgenommen. Und auch hier sieht man wieder ganz klar, es geht letztendlich bei Paintball um die Punkte. Es war noch ein Spieler von den Hurricanes drin, der in der Snake lag und gewartet hat, was sich so an der Seite tut. Während hingegen Breakout schon direkt den Buzzer gedrückt hat, um den entscheidenden Punkt zu machen. Den letzten, den vierten. Falls uns jemand von der Orga hört, beziehungsweise lieber Facebook-Chat, wir sind offline. Oh, wir sind ganz offline. Lieber Facebook-Chat, wir bitten, dies zu entschuldigen. Wir kommen wieder, hoffen wir. Ah, okay. So, nächste Begegnung ist on. Syndicate kommt in allen Deckungen an. Mayhem verliert einen Spieler. Was aber nichts macht, es sind immer noch vier da. Das reicht. Na gut, jetzt sind es nur noch drei. Die komplette rechte Seite von Mayhem ist offen. Syndicate besetzt als Millennium. Mayhem M-Box besetzt. Da geht der nächste Spieler von Mayhem. Der Center ist raus. Und wieder ist es Steffen Laubach von Frankfurt Syndicate, der den Sack zumacht. Patrick Frobel rennt zum Buzzer. Diese Sekunden des Ruhmes lässt er sich nicht entgehen, den Buzzer auch mal drücken zu dürfen. Sauber, Punkt ist gegeben. Die Fingerheizung war ja ganz toll irgendwie hier oben. Der Chat zurück wäre auch wieder ganz toll. Wir arbeiten dran. Ja, aber wir können über die Traxis-Handrina hinweg blicken in die wunderschöne Sonne. Grüßen nochmal die Naturtribüne. Genießt die Sonne da drüben. Jetzt winkt auch keiner mehr. Morgen waren sie nach allem motiviert. Ah, da wird gerunken. Vergesst nicht den Sonnenschutz. Und vor allen Dingen, vergesst nicht, sofern ihr das nicht schon getan habt, heute ist Muttertag. Da wäre ein direkter Anruf doch perfekt um diese Uhrzeit. So, Denise, wie war die letzte Begegnung für dich? Was sagst du? St. Pauli Mayhem haben irgendwie keinen Punkt mehr gemacht. Was war da los? Ja, die sammeln noch Kräfte für später. Ich bin und bleibe trotzdem Mayhem-Fan. Bekennender Mayhem-Fan. Sie müssen ja nicht direkt am Anfang durchstarten. Also ich glaube, Platz 1 für dieses Jahr wäre halt auch ein bisschen viel verlangt. Platz 2 ist locker drin. Ja, ich bin ja tendenziell fast unparteiisch. Muss aber sagen, dass Frankfurt Syndicate natürlich so ein bisschen auch in meinem Herzen schlägt. Egal, Frankfurt Syndicate ist wieder auf dem Feld. Mayhem kommt auch. Spielstand aktuell 3-1. Das heißt, Syndicate könnte den Sack zumachen für diese Begegnung. Es gab einen Seitenwechsel. Seitenwechsel ist immer, wenn ich das richtig in meinem Kleinen habe, nach dem vierten Punkt. So. Und los geht's. So, Mayhem alle angekommen. Syndicate alle angekommen. Na, okay. Mayhem verliert einen Spieler. Wobei ich gerade nicht sehen kann, wofür. Ah, doch am Ellbogen. Syndicate verliert ebenfalls einen Spieler. Rückt aber schon mal vor ins M. Syndicate ganz klar in den besseren Positionen. Mayhem verliert noch einen Spieler. Und es sieht nach einer Strafe aus. Was ist da los? Da wird der Backcenter von Mayhem gecheckt. Ja, der bleibt. Hat aber scheinbar keinen Treffer. Der Marshall war sich nicht sicher. Treffer am Pack sind ja für den Spieler auch sehr schlecht mitzubekommen. Und da geht der nächste San-Pauli-Spieler. Sitzen bleiben wir in dem Fall auf jeden Fall besser gewesen. Syndicate bislang einen Spieler nur verloren. Immer noch im M. Drüben auf der Tipi-Seite und in der Snake Backcenter bei Syndicate auch noch besetzt. Und da gehen die nächsten zwei Spieler von San-Pauli-Main. Denise, hatte ich nicht gesagt. Darf ich dich schlagen, ohne Ärger zu kriegen? Nein, natürlich nicht. Also nicht Ärger von dir, dass ihr... So. Ja, das war's. Oh ja, jetzt ist aber mal gut hier, ne? So, aber man muss natürlich sagen, Steffen Laubach hat es ein bisschen übertrieben. Meiner Ansicht nach fast schon unsportlich, da weiter drauf zu schießen. Auf der anderen Seite hatte scheinbar das San-Pauli-Main-Spieler die Hand nicht ganz so über dem Kopf, um so klar zu signalisieren, dass er raus ist. Egal, gleich wird geputzt. Und die Begegnung ist vorbei. Syndicate gewinnt 4 zu 1. Knapp. Sehr deutlich. Es war eng. War sehr deutlich eng? Nein, war gar nicht eng. Wir sind uns total einig hier. Ja, wobei, die klarste Partie war definitiv die erste. Breakout-Spar. 4 zu 0 gegen den Aufsteiger. Oh, der Chat ist wieder da. Oh, der Chat ist auch wieder da. Hallo Facebook-Gemeinde. Nein, warte. Ich bin noch nicht eingeloggt. Also wir sind fast wieder da. So. Okay, dann logge ich mich jetzt mal mit meinem Account ein. Jetzt ist nämlich der Franzi-Beast-Beats-Account ausgeloggt, was wir eben nicht geschafft haben. Jetzt hat er es alleine gemacht. Sehr gut. Dann sage ich schon mal die nächsten zwei Partien an. Wir haben Rammstein-Instinkt gegen Fatality aus Koblenz als nächstes. Und wir haben Düsseldorf-Racklands gegen die Ronins aus Hagenau. Zu Hagenau ist zu sagen, die Ronins spielen schon eine ganze Weile in der deutschen Paintball-Liga. Auch sehr erfolgreich. Dankeschön. Wir kommen letztendlich aus dem deutsch-französischen Grenzgebiet und nutzen die deutsche Paintball-Liga als Vorbereitung für die europäische Liga, die Millennium-Liga. Denn eins muss man natürlich sagen, nicht nur der von Radical Studios gemachte Livestream ist der beste, den es gibt. Sondern wenn man ganz oben mitspielen will, in Europa muss man die Millennium-Serie spielen und es gibt keine bessere Vorbereitung als die deutsche Paintball-Liga hierauf. Hier spielen die stärksten Teams und eben sofern sich eine Chance ergibt, reisetechnisch, nicht nur Teams aus Deutschland, sondern eben Breakout, Spar aus Belgien, Concilium Day aus der Schweiz und die Ronins aus Hagenau. So, der Chat ist auch wieder da. Funktioniert wieder. Philipp Rosé, Steinfart. Wann spielen? Wann spielen ist ein mittelmäßiges Deutsch. Wann spielen wer? Du guckst so frustriert. Nein, das ist nicht frustriert, das ist verfrostet. Es ist unfassbar kalt. Es ist frustriert. Also wir sind ja ein bisschen frustriert, aber grundsätzlich sehr glücklich hier sein zu dürfen an diesem wunderschönen Tag. Wenn ihr noch nichts vorhabt an diesem Muttertag, habt den Strauß Blumen schon abgegeben um diese freundlich, mutterfreundliche Uhrzeit 20 vor 9. Begebt euch nach Solms, Solms als Hausen. Natürtribüne bietet noch ein bisschen Platz für Zuschauer. Okay, ich höre gerade von Arne Petry, einem der Macher der deutschen Paintball Liga, dass wir gleich ein Interview haben werden. Mit Mayhem, soweit ich weiß. Karin Wörnle wird das Interview professionell führen, so wie ihr das gewohnt seid. Hallo, hallo, herzlich willkommen hier beim Radical Livestream der ersten Bundesliga der DPL. Ich bin die Karin Wörnle und ich freue mich auch dieses Jahr wieder für euch, die Carla Kolumna zu spielen, Interviews zu machen. Und es geht auch direkt hier los mit dem Alexander Burgots von St. Pauli Mayhem, die dieses Jahr als Aufsteiger in die erste Bundesliga gekommen sind. Alex, erzähl mal, wie ging jetzt das erste Spiel so gegen Syndicate? Also, dass wir direkt gegen Syndicate spielen, war natürlich ein Hammer für uns. Aber wir haben hier in der ersten Bundesliga nichts zu verlieren, freuen uns so einfach auf die Spiele. Und ja, es war zu Anfangs hatten wir dann doch einen kleinen Hoffnungsschimmer, als wir dann das Unentschieden gemacht haben. Und ja, wir sind dann mit vollem Mut und Elan wieder aufs Feld gegangen und wir haben einfach die Problematik, dass wir halt zu wenig trainiert haben. Und gegen so Teams wie Syndicate ist das natürlich fatal. Okay, und woran lag das dann, dass ihr so wenig trainiert habt? Hattet ihr irgendwie interne Probleme? Familie und so weiter und mein Azubi-Status, es muss ja auch irgendwann mal vorbei sein so. Und ja, ich habe Prüfungen gehabt und wir haben halt sehr wenig Zeit dazu gehabt. Aber ich denke mal, wir haben uns für das erste Game an dem heutigen Tag in der ersten Bundesliga recht gut geschlagen als Aufsteiger. Okay, und heute habt ihr noch Begegnungen unter anderem gegen die Ronins. Kamen Etia, glaube ich, steht auch noch auf dem Plan. Was erwartest du dir da so oder was erwartet ihr euch da? Also, wir sind hier hingekommen, um zu gewinnen und nicht um abzusteigen oder nicht abzusteigen, sondern wir wollen hier gewinnen. Ich weiß, das klingt utopisch, aber für uns ist das einfach das Ziel, weil wir hier mit vollem Elan und mit 150 Prozent an die Sache rangehen wollen. Und gegen Ronins, auf das Spiel freue ich mich, aber ich freue mich auch auf das Spiel gegen Breakout, weil wir spielen auch noch gegen Breakout. Ah, die haben ja gerade die Hurricanes ein bisschen zersägt. Ja, ich glaube 4-0. Wir haben letztes Jahr sehr oft mit den Jungs trainiert, sind coole Leute so, mit denen macht das auf jeden Fall Spaß, gegen die Jungs zu spielen. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Okay, gut. Dankeschön, Alex. Möchtest du noch jemanden grüßen? Nee, grüßen möchte ich keinen. Alle grüßen, die ich kenne so und viel Spaß beim Zuschauen. Ciao. Dankeschön, Alex. Danke. Tschüss. Ein aufstrebendes Team, das sicherlich sich anstrengen muss, jetzt gleich, gegen den Rammstein Instinkt. Rammstein Instinkt mit deutlich mehr Spielerfahrung, auch international würde ich sagen. Wobei wir jetzt natürlich gleich sehen werden, wie sich die Winterpause ausgewirkt hat. Rammstein Instinkt hat dieses Jahr schon ein größeres Turnier sehr erfolgreich gespielt. In Saint-Tropez, dem wunderhübschen Saint-Tropez, auf der Millennium-Serie unter den besten Teams weltweit Achter geworden in der Champions League. Mal sehen, was sich Fertility einfallen lässt. So, 30 Sekunden. Ich bin ganz klar für Fertility. Aufsteigern. So, die Marshals verteilen sich, ohne die hier gar nichts gehen würde. Zehn Sekunden noch. Dann geht's weiter. Game on. So, Fertility, erfolgreich in allen Deckungen angekommen. Ebenso Instinkt. Instinkt verliert den ersten Spieler. Na, was hab ich gesagt? Und Fertility geht vor, ist schon in den Fifties angekommen, im M. Instinkt zieht nach, besetzt den Center. Bei Fertility gibt's ganz Probleme vor der Snake. Aber zumindest ist er noch da. So, und jetzt gibt es einen Run-Through. Na, 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 na. Und da gehen auch schon zwei Fertility-Spieler. Und einen Instinkt-Spieler. Instinkt verliert einen weiteren Spieler. Und Fatality, alle restlichen. So, und wenn der letzte Instinkt-Spieler gleich mal aufwacht, wird er feststellen, dass nicht mehr so viele Gegenspieler da sind. So, parallel zur Instinkt-Spieler. Instinkt und Fatality kommen jetzt gleich aufs Feld. Reckless und die Ronins. Gegen die Ronins. Reckless im roten Outfit, auf dem irgendwie Ducklings steht. Warum auch immer. Und die Ronins in blau. Das Game ist on. Oh wei. Oh wei. Oh wei. Oh wei. Da hat's einen Reckless-Spieler. Da gibt's einen Verletzten bei Reckless. Die Marschers laufen hin. Er ist beim Breakout ausgerutscht. Oh, oh, oh. Das sieht nicht schön aus. Das Spiel geht weiter. Reckless verliert einen Spieler. Die Ronins verlieren zwei Spieler. Der Sani wird aufs Feld gerufen. Das Spiel geht aber weiter. Die Ronins verlieren einen weiteren Spieler. Noch zwei Spieler von den Ronins drin. Die Marshalls stellen sich schützend vor den Spieler von Reckless. Der beim Laufen in die Deckung ausgerutscht ist. Die Partie läuft weiter. Reckless verliert einen weiteren Spieler. Ronin ist noch zu zweit auf dem Feld. Der letzte Reckless-Spieler ist markiert. Ronins werden den Punkt machen. Ronin müsste jetzt aufs Feld kommen, um dem Reckless-Spieler zu helfen. Deshalb auch noch der Aufruf an die anwesenden Teams. Macht euch gut warm. Paintball ist ganz klar ein Sport. Da ist Stretching, Dehnen extrem wichtig. Der Spieler von Reckless, der jetzt etwas angeschlagen vom Feld geht und auf dem Weg zum Sanitäter ist, ist sehr unvorteilhaft ausgerutscht. Das rechte Bein scheint was auch immer zu haben. Aber er geht, er wird von Marshall gestützt. An dieser Stelle möchte ich aber auch nochmal die Chance nutzen, sofern, und davon gehe ich eigentlich aus, am Äther ein gewisser Florian Zenk und ein gewisser Dennis König sitzen sollten. Größe vom Turm. Ihr verpasst wunderbares Paintball-Wetter hier in der Traxxus-Arena bei der Deutschen Paintball-Liga. Instinkt hat den ersten Punkt gegen Fatality Koblenz gemacht. Führt somit 1 zu 0. Wobei diese Begegnung sehr müde gestartet ist. So. So. Weiter geht's. Ich bin nach wie vor für Fatality. Das geht jetzt. Game is on. Fatality ziemlich mittig weitergelaufen. Der erste fliegt leider raus. Instinkt noch mit allen Spielern im laufenden Spielgeschehen. Verinstinkt verliert auch einen Spieler. Damit steht es 4 zu 4. Verliert 2 Spieler. Es gab eine Strafe. 2 Instinkts-Spieler sind weg. 2 Instinkts-Spieler sind weg. 3 Instinkts-Spieler im Spiel. 4 Spieler von Fatality. Fatality hat es in die Snake geschafft. Und ins M. Insinkt verliert einen weiteren Spieler. Sehr schön. Und da bahnt sich eine kleine Sensation an. Ach, ich sehe nichts. Oh, oh. Ja. Ja. Ja, sehr schön. Und der Instinkts-Spieler ist auch raus. Nur noch ein Spieler von Instinkt drin. Kein Spieler mehr von Instinkt drin. Wow. Ich habe es doch gesagt. Damit geht der Punkt. Wahrscheinlich an Fatality Koblenz. Was war da los mit Instinkt? Ja, der Punkt ist gegeben. Ich habe ja gesagt, eben war nur zum Warnwerden und jetzt geht's ab. So, da war scheinbar nichts mit Whoop Whoop Instinkt. 1 zu 1 gegen Fatality. Jetzt geht es weiter. In Blau starten die Ronins aus dem Französischen Hagenau gegen Reckless. Mal schauen wir, wieviel Spieler in Reckless dort ist. Fünf. Fünf Spieler bei Reckless. Game is on. Und wieder alle auf beiden Seiten angekommen. Ey, Reckless verliert drei Spieler, so wie es aussieht. Drei Spieler auf einmal. Die Ronins ziehen bis in die Snake 50. Da geht der nächste Reckless Spieler. Damit ist nur noch ein Spieler bei Reckless drin. Nur noch das hintere CP. Der kriegt aber jetzt auch von allen Seiten. Und das ist auch weg. Und es sieht nach einem ganz klaren Punkt für die Ronins aus. Damit gehen die Ronins mit 2 zu 0 in der laufenden Partie in Führung gegen Reckless. Punkt ist gegeben. Punkt ist gegeben. Es geht weiter mit Rammstein Instinkt gegen Fatality Koblenz. Aktueller Score ist, Denise? 1 zu 1. 1 zu 1. Wobei ich fairerweise zugeben muss, dass Fatality aus Koblenz deutlich aggressiver spielt. Instinkt noch sehr müde. Was mir gar nicht gefällt persönlich. Mir schon. Finde ich super. Und langsam und müde geht natürlich gar nicht. Paintball ist ein Spiel mit Geschwindigkeit, Schnelligkeit. Und wenn man die nicht nutzt, sondern nur Verhalten spielt, kommt man auch nicht weiter. So, es geht gleich weiter. Games on. Instinkt bereits im Millennium M. Fatality jetzt auch vorgerückt in die Tippis. In den Snake-Zugang. Immer noch alle Spieler drin. Na, der erste Fatality-Spieler geht. Und noch einer. One for one. Drei Spieler von Fatality weg. Und es gibt ein Rantro. Und der letzte Spieler von Fatality geht. Ja, hat sich doch ganz klar gezeigt. Langsames, zurückhaltendes Spielen zahlt sich nicht aus auf diesem Feldlayout. Man muss aggressiv durch die Mitte pushen. Dann hat man sehr gute Chancen, die Gegner zu überlaufen. Punkt auch gegeben. Punkt ist gegeben, höre ich gerade. Damit geht Instinkt. 2 zu 1. In Führung. Ach, da ist noch Luft. Da ist noch Luft. Oh, ich geh mal kurz unseren Kaffee abholen. So, die manuellen Handwärmer in Form von leckerstem Kaffee. Frisch aufgebrüht durch den Platzwart Daniel Paschekluth. Ein herzliches Dank an dieser Stelle, an den Platzwart. Nächste Begegnung, Düsseldorf Reckles. Gegen die Ronins aus Hagenau, die bislang verdient 2 zu 0 führen. Game is on. Da fliegt der erste Reckles-Spieler weg. Ronins soll mit allen Spielern im laufenden Spiel geschehen. Und die Ronins ziehen nach. Mit drei Leuten gleichzeitig nach vorne. So, Ronins besetzt beide Tippis hier vorne. Die Snake und das M. Ronins ganz klar in den besseren Positionen. Und da fliegt der nächste Reckles-Spieler ab. Aber auch der Ronins-Spieler aus dem Tipi 50 geht. Die Ronins haben das Millennium M und die Snake besetzt. Der nächste Reckles-Spieler geht. Nur noch zwei. Oh, oh, oh. Jetzt mutig, mutig. So, eine letzte Aktion von Reckles, die sehr geil war. Auf jeden Fall. Ein Spieler ist noch drin. Jetzt wird's eng. Das war's. Schade. Und nach einer kurzen Attacke gegen Attacke behalten die Ronins die Nerven. Und... Aber trotzdem sehr schöne Move von Reckles. Auf jeden Fall zuschauerfreundlich, würde ich sagen. Er war ein super Move von Reckles. Auch gut gedacht. Kurz seine Gegenattacke zu starten. Über die Tower-Seite probieren den Buzzer zu erreichen. Der letztendlich spielentscheidend ist. So... Leider steht's trotzdem. Leider 3 zu 0 für die Ronins gegen Reckles. Jetzt aber wieder Fatality gegen Instinct. Ich hoffe, Fatality kommt wieder zurück. Genau. Go, Fatality. Patrick, ein netter Scheid. Wichtig so. So. Instinct ist aufgewacht. Letztes Spiel. Ja, das war kurzes Aufbäumen. Nein. Das war aufstehen, nicht aufbäumen. So, weiter geht's. So, Fatality verliert den ersten Spieler. Instinct auch. Instinct ebenfalls, genau. Fatality verliert einen weiteren. Instinct bereits in den Fifties. Und noch einen. Noch einer geht bei Fatality. Instinct geht. Nur noch einer. Ist schon auf der gegnerischen Seite. In der Snake. Fatality hat nur noch einen. Ja. Und ganz klar ist Instinct aufgewacht. Wie ich schon gesagt habe, es bringt nichts auf diesem Layout, konservativ zu spielen. Das heißt erstmal die Backline sozusagen zu besetzen, die hinteren Deckungen. Sondern man muss auf diesem Feld pushen. Nach vorne spielen, die Winkel zumachen und somit letztendlich das Spiel gewinnen. So, 3-1 für Instinct. Noch? Verdientes 3-1 für Instinct. Ja. Oh mein Gott. Ich sehe drüben auf der Tribüne Leute in kurzen Hosen. Verrückt. Ja, deshalb kommt nach Solms in die DPL Draxus Arena. Bestes Paintball Wetter. Sonne. Blauer Himmel. Naturtribüne. Super toller Kaffee. Später gegrilltes. Ist das so? Das ist so. Hervorragend. So. Weiter geht's. Düsseldorf Recklands. Ronins Haagenau. Oh, oh, oh. Okay. Diesmal ist zumindest nichts passiert. Bei Reckless ist einer gestürzt, direkt am Center. Hat sich aber nichts getan. One-for-one auf Reckless Seite. Zwei Spieler damit raus. Auch die Ronins verlieren einen Spieler. Und Ronins laufen durch. Mit Erfolg, ohne Erfolg, mit Erfolg. Und es gibt eine weitere Strafe gegen Reckless. Damit fegen die Ronins. Reckless vom Platz. Und gehen damit 4 zu 0 aus der Partie. Laura. Ob der Butch spielt? Ja. Ja. Der Butch ist gerade. Und er ist gerade sehr schön vom Platz gefegt worden. Von den Ronins. Der Butch hat natürlich auch ein Handicap aufgrund seiner Körpergröße. Im M kann er stehen. Ja. Er kann nur die großen Deckungen spielen. Altersbedingt, sagt man, ist ihm die Snake verboten worden. Ah, ich sehe noch mehr Fatality-Fans im Chat. Fatality hat einen Punkt. Instinct, soweit mir das zu Ohren gekommen ist, drei Punkte. Ja, macht ja nichts. Ist doch immer noch Luft genug. Aber dünne Luft. So, geht gleich weiter. Fatality mit den grünen-blauen Ärmeln. Instinct in den neuen 2012er-Jerseys in einem leichten Olive-Ton. Spiel geht los. Fatality wieder mutig direkt bis ins M vor. Der erste Instinct-Spieler fliegt ab. Fatality verliert zwei Leute. Verliert drei. Instinct mittlerweile im Millennium M angekommen, in der Mitte. Und Fatality geht über die Snake. Instinct holt sich den Snake-Spieler. Genau. Artistische Aktion. Ich hoffe, ihr hattet die richtige Kameraeinstellung gerade im Stream dafür. Wir konnten es leider von hier aus nicht richtig sehen. Der Instinct-Spieler ist Superman gleich über die Snake gesprungen. Und Fabian Dietz holt den letzten Fatality-Spieler. Damit wird mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit auch diese Partie 4 zu 1 an Instinct gehen. Und der DPL-Marshal Holly gibt den Punkt. Und damit geht die Begegnung verdient an Rammstein Instinct. Ich muss dazu sagen, Fatality hat am Anfang einen guten Punkt gemacht. Haben aggressiv gespielt. Und damit hat Instinct ein bisschen in den morgendlich müden Hintern getreten. Instinct ist darauf wach geworden und hat dann nichts mehr anbrennen lassen. Hallo erstmal. Hallo Karin. So. Denise macht jetzt kurz Pause. Sehr schön. Und ähm. Karin, dein Eindruck? Mein Eindruck? Ja. Von den ersten Partien? Ja. Schöne Spiele. Ähm. Schönes Wetter. Ja. So. Wie ist der? Kurz Resümee. Kurz Resümee. Okay. Ähm. Du hattest die Chance gerade unten in den, durch die Pits zu gehen. Ja. Ist dir irgendwas aufgefallen? Wie ist die Stimmung unter den Teams? Ja. Alles relativ entspannt noch. Ähm. Das einzige aufregende gerade war ja die Verletzung von einem Ugly Duckling Spieler. Und zwar war das der, ich weiß nicht. Der für Reckless spielt, ne? Ja. Genau richtig. Also. Die ja wieder den Spot, den Reckless Spot spielen. Ist dem was passiert? Ja. Der hat sich umgeknickt. Der ist umgeknickt mit dem Fuß beim Sliden und der lag da und wurde gerade ärztlich versorgt. Meinst du der kommt nochmal zum Einsatz oder? Ich sah nicht so aus. Okay. Sehr schade. Aber auch hier nochmal wieder Aufforderung an alle. Paintball hat sich zu einem extremen Leistungssport entwickelt. Zumindest wenn man das auf den Bezirksliegen, Landesliegen, Erste Bundesliga, Zweite Bundesliga oder auch den Regionalligen in der DPL tätigt. Da haben wir aktuell um die 350 Teams, die deutschlandweit um diverse Titel kämpfen. Macht euch gut warm vor den Begegnungen. Unterschätzt es nicht. Und dann sollte da auch nichts passieren. Ja. So. Nächste Begegnung. Hab ich schon angesagt. Nächster Block. Oh, JA Factory gegen mein Lieblingsteam. Ja. Ich habe ja viele Lieblingsteams, aber in der Begegnung ganz klar mein Lieblingsteam. Concilium Day aus Zürich. Wird angeführt von einer der Paintball Legenden, würde ich sagen, Christoph Wischi-Wüterich. Der war schon im Paintball, da war ich noch nicht mal im Quark. Danach gefolgt durch Cologne Predators gegen Offenbach-Coming-Etje. Beide Teams ein ähnliches Rabauken-Image möchte ich mal sagen. Und auch da möchte ich anmerken, dass die Cologne Predators von einer der Paintball-Legenden angeführt werden. Veit Kremer, der war schon im Paintball aktiv. Da war der Quark, in dem ich noch nicht war, noch nicht mal angerührt. Veit Kremer und die Cologne Predators aus eigener Erfahrung eine der Talentschmieden. Ich habe selbst mal eine Zeit lang für die Preds gespielt. Und wenn man was lernen will und kommt aus dem Bereich Köln, dort kann man viel fürs Leben und noch mehr fürs Paintball lernen. Veit Kremer kann ich als Adresse nur empfehlen. Legendäre Teampartys und auch sonst großer Teamzusammenhalt. Zu Offenbach-Coming-Etje kann man nur sagen. Schon auch ewig lang im deutschen Paintball zu Hause. Ein bisschen ein Image wie die Stadt Offenbach. Multikulturell, ein bisschen aggressiv hier und da. Und insofern gibt es eine spannende Partie. Ja. Zu JE kann Karin garantiert ein bisschen was sagen. Ja, was gibt es da zu sagen? Mofa. Mofa? Wie ist Mofa zu deuten für die, die neu dabei sind? Tja, Mofa ist so deren, ja wie soll ich sagen. Man verbindet JE oder Braindead auch mit Mofa-Action. Ich weiß eigentlich gar nicht woher das so kommt. Also warum eigentlich? Das heißt, die fahren mit dem Mofa aufs Spielfeld. Großes Ritzelfuchs. Ja, ich denke schon. Man weiß nicht, vielleicht reisen sie alle mit Mofas an. I don't know. Zur CD kann man sagen, in der Begegnung definitiv. Die weiteste Anreise aus der Schweiz. CD nutzt die deutsche Paintball-Bundesliga natürlich eben auch, um sich auf die europäische, die Millennium-Serie, eine der Top-Serien weltweit, vorzubereiten. Millennium 2012 hatte das erste Turnier bereits im wunderhübschen Saint-Tropez. Ich habe gehört, die Spieler haben sehr luxuriös logiert. Teilweise in einem Ferienressort in der Nähe des Spielfeldes oder direkt. Am Hafen, am Yachthafen. Je nachdem, was die Teambudgets hergaben. Wobei, von dem was ich gehört habe, war ja gerade in dem Ferienressort, in dem luxuriösen, in der Nähe des Spielfeldes. Der Teamzusammenhalt extrem groß. Gemeinsames Grillen, gemeinsames Trinken abends von antialkoholischen, isotonischen Getränken, um den Körper wieder zu regenerieren. Regenerieren, war da angesagt. An dieser Stelle kann man auch nur sagen, Paintball ist nicht eben nur ein Sport, in dem man sich trifft, um gegenseitig ein paar Partien zu spielen, sich gegenseitig ein paar Bälle gegen den Kopf oder woanders hinzuschießen, sondern ist auch eben in der Szene ein großer Zusammenhalt. Deshalb kommt es sehr häufig vor, dass Spieler, ähnlich wie bei anderen Leistungssportarten, die für ein Team XY mal gespielt haben, meinetwegen für, sagen wir mal, Rammstein-Instinkt, irgendwann mal, wenn sie sich sehr viel Mühe geben, vielleicht bei Syndicate mitspielen oder umgekehrt vielleicht. Nein. Wer schon länger dabei ist, weiß, was ich meine. Viele Spieler wechseln nach der Saison hin und wieder mal. Es gibt sehr wenige Teams, die ein langjähriges Leistungskader haben. Was natürlich auch sehr häufig vorkommt, ist, dass gerade wenn man sich in der zweiten Bundesliga oder auch in den Regionalligen, Landesligen etc., wenn man sich da zeigt, wenn man da zeigt, dass man sehr stark engagiert ist, sehr gut spielt und sehr viel mehr will, dass man sehr schnell nach oben durchgereicht werden kann. Und dann steht man auf einmal auf einem dieser fantastischen Spielfelder, wie hier in der Traxis-Arena in Solms-Albshausen bei fantastischem Paintball-Wetter und spielt in der ersten Paintball-Bundesliga. Ja. Und ich beneide gerade so ein bisschen hier die Zuschauerseite mit der Sonne. Ja. Die ist so ein bisschen kühl. Immer noch. In Solms wird es immer erst mittags. Elias fragt, ob Syndicate heute noch spielt. Ja, klar. Ja. Wir haben erst gerade angefangen. Wir können ja noch mal kurz die Scores durchgehen. Karin, Breakout Spa hat gespielt? Gegen die Cologne Hurricanes. Breakout hat dabei 4 zu 0 gewonnen. Ganz deutlich. Genau. Danach Syndicate gegen St. Pauli Mayhem. Da war das Ergebnis 4 zu 1 für Syndicate. Der Block danach, Instinct gegen Fatality. Instinct 4 zu 0. Äh, beziehungsweise, Entschuldigung, 4 zu 1. Und Racklands gegen die Ronins war das Ergebnis, die Ronins 4 zu 0 gewonnen. Ja. 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 So viel soweit. Waren schnelle Partien. Ja. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Teams immer dann den Punkt gemacht haben, wenn sie eben nicht verhalten gespielt haben, sondern wenn sie aggressiv gespielt haben. wenn sie schnell in die Mitte gegangen sind, um dann über die Seiten, also die Seiten zuzumachen, nennt man das, wenn man dann quer über das Spielfeld spielt und die gegnerischen Spieler dann markiert. ähm, das Layout, das hier gespielt wird, oder sagen wir mal, so wie die Deckung auf dem Spielfeld stehen, das ist schon, ähm, das sogenannte Millennium Layout. Das ist schon das Setup, wie es in Bitburg in ein paar Wochen gespielt wird. In ein paar Wochen? Ja. Es geht schnell in zwei Wochen. In zwei Wochen ist es schon soweit. Das heißt, äh, die Spitze des europäischen Paintballs wird sich in zwei Wochen in Bitburg treffen. 25. 25. Mai. Zuschauer sind sehr gern gesehen. Die Veranstaltung ist für Zuschauer kostenlos. Man kann dort Weltklasse Paintball sehen. Man kann dort, äh, ja, die weltbesten Teams sehen, wie sie sich in der sogenannten Champions League um den Titel des europäischen Meisters schlagen, beziehungsweise ihn ausspielen. Sorry, schlagen hört sich ein bisschen, äh, schlecht an. Äh, der wird dort ausgetragen, aber genauso gut, ähm, gibt es seine, gibt es Semipro-Klassen bis hin zu sogenannten, äh, Anfänger-Klassen, in dem man einfach mal die große, weite Turnier-Paintball-Luft schnuppern kann. Es wird weiter in Bitburg eine sogenannte Trade Show geben, das heißt, alle namenhaften Paintball-Hersteller, Händler werden dort vor Ort sein. Das neueste, allerfeinste Equipment wird dort käuflich zu erwerben sein. Man sieht die weltbesten Paintball-Spieler selbiges benutzen. Man kann selber bestimmt einiges auch ausprobieren, anfassen, das eine oder andere Schnäppchen machen. Das heißt, habt ihr an dem Wochenende 25 bis 27 Mai noch nichts vor, legen wir euch ganz stark ans Herzen, fahrt nach Bitburg, wenn er nicht selber spielt, schaut euch Spiele an, schnuppert diese tolle Paintball-Luft, diesen morgendlichen Geruch von Paint ein, inhaliert diesen, checkt das neueste Equipment aus und im Zweifel, sofern ich nicht gespielt habe, spielt dort nächstes Jahr. Ganz genau. So, beide Teams bewegen sich langsam Richtung Base. So, Concilium Day. Ja, vorher kam schon die Frage, ob der Haschi oder der Mo spielt, also der Mo ganz sicher nicht. An dem Mo von dieser Stelle einen Gruß, sofern er uns hört. Mo kämpft ein bisschen mit gesundheitlichen Problemen. Ja. Aber Haschi weiß ich jetzt gar nicht, ob er dabei ist. Hast du ihn schon gesehen? Nein, heute nicht. So, Concilium Day in blau. Je in rot, das Spiel geht los. Beide Teams verhalten gestartet, wobei CD die ersten zwei Spieler, die ersten drei Spieler verliert. CD schon eine erste Strafe erhalten, eine Spielstrafe für weiterspielen scheinbar. Und auch da geht Christoph Wischi-Wüterich von CD, nur noch ein CD-Spieler im Rennen. Je verliert ebenfalls einen Spieler. Und da geht der letzte Spieler von CD, das heißt Je Factory, auf dem Weg zu dem sogenannten Buzzer, drückt ihn und damit geht der erste Punkt an Je. An Je. An dieser Stelle würde ich CD empfehlen, kurz einen Biss von der berühmten Schweizer Schokolade zu nehmen, ein bisschen Zucker, um den Körper in Schwung zu bringen. Oh, so eine Schweizer Schokolade, das wäre jetzt wirklich der Hammer, muss ich sagen. Ja. Wenn ich mal Tim Wischi fragen, ob er zufällig was dabei hat. So, und damit kommen wir aufs Feld. Die Spieler von den Colonn-Pretts gegen Offenbach-Coming-Etja. Offenbach-Coming-Etja, Bad Offenbach-Coming-Etja zu sehen in den rötlichen Outfits. Jetzt, während die Bretts in den fast ähnlichen schwarz-roten Outfits starten. Spiel geht los. Ja. So, und der Spieler hier, der Schneeweiß, geht hier ins T-Pack 1. T-Pack 2. T-Pack 2. T-Pack 2. T-Pack 2. So, auf Brettsseite zwei Spieler im Prinzip. Und auch bei Kamin Etja geht ein weiterer Spieler. T-Pack. T-Pack. T-Pack 2. 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 T-Pack 3. T-Pack 3. beteiligten an diesem turniertag hier in der traxis arena die dpl marshals sind durch ulrich der sehr lange ausgebildet kennen alle regeln mehr als auswendig können die nachts im schlaf aufbeten wissen wo sie sich hinzulegen haben wo sie den spielern über die schulter schauen müssen dass diese auch keine treffer wegwischen oder übersehen sorgen also für ein gutes reibungsloses spielgeschehen so weiter geht's in blau zitteln in rot schwarz jr die spiel verliert den ersten spieler jr hat zwei spieler bereits verloren pascal auf seiten cd nun im tpeg 1 tpeg 2 aber auch auf kamenetja seiten jr seiten tpeg 1 und jetzt geht's und da hat christoph wiederig aufgepasst hat sich nicht überlaufen lassen von dem jr spieler hat überlebt der marshall hat ihn noch mal nach kontrolliert ist sauber geblieben und es befindet sich nur noch ein spieler als nein es befand sich nur noch ein spieler von je drin der punkt geht ganz klar an das team aus der schweiz damit haben wir einen punktestand von eins zu eins je und cd einen punkt gemacht und bei den pretz gegen kamenetja steht es 1 zu 0 so weiter geht's kamenetja gegen nicolaine pretz kalon pretz führen 1 zu 0 war übrigens auch im letzten jahr immer ein knappes ding 4 zu 3 3 zu 4 zwischen beiden teams und das game son oh die pretz verlieren direkt im breakout zwei spieler wobei auch auf kamenetja drei spieler verloren hat das heißt da sehr präzise geschossen worden im breakout da geht der vierte kamenetja spieler die pretz gehen in die snake so ein spieler brett gehen durch die mitte damit ganz klar feit krämer als coach trainer wie auch immer oberpapas schlumpf der pretz hat die jungs gut durch den winter gebracht so wie es aussieht ganz klar spiel für das team aus köln wahrscheinlich wird ihnen gedroht haben wenn sie nicht vernünftig spielen gibt es bis zur nächsten bundesliga nur noch alt neben anderen isotonischen den körper rehydrieren getränken übrigens an dieser stelle möchte ich erwähnen dass der live stream dieses jahr unter anderem von joggingpoint.de gesponsert wird sehr hübsche hoodies die wir auch im tagesverlauf ganz deutlich zeigen werden nur momentan ist es leider zu kalt dafür vielen dank noch mal an joggingpoint.de so geht sofort weiter cd aus der schweiz gegen jota factory jota verliert den ersten spieler cd verliert den ersten spieler beim versuch in das center m zu kommen bei jt gehen bereits drei spieler vom spielfeld das sieht aus wie eine kleine deadbox polonaise aber noch zwei spieler im leben ja nur noch ein spieler im leben nur noch ein spieler drin bei jt und das war es punkt für cd punkt für cd so der marshal gibt den punkt das heißt wir starten direkt durch in die nächste begegnung coming at ya gegen die cola und pretz cola und pretz liegen verdient mit zwei zu null in führung es gibt auf dem spielfeld einen sogenannten seitenwechsel das heißt die teams starten jetzt von jeweils anderen seiten zehn sekunden geht es gleich los ja und alle noch sehr entspannt pretz verlieren den ersten spieler aber auch bei etia gehen da zwei spieler es gab auch da eine spielstrafe kam in etia gab es gerade eine strafe ein one for one so ein coming at ya spieler im m ja der schneeweiß hier im tpec 2 wird ein bisschen von der rechten seite gegängelt von dem spieler im m coming at ya mit dem spieler im m natürlich in einer sehr guten spielposition ja schneeweiß darf sich jetzt der spieler hier im tpec 2 nicht so weit nach rechts bewegen ansonsten da geht ja und so war es auch der spieler im m hat dafür ist ein anderer spieler bei coming at ya gegangen und auch da geht der spieler von coming at ya aus dem millennium in der mitte das heißt bei coming at ya nur noch ein spieler drin so jetzt haben wir eine 2 gegen 1 situation und auch da ist der spieler markiert ja ganz kurz an dieser stelle noch etwas zu den sogenannten spielstrafen das nennt sich one for one das heißt der marshal sieht ein spieler hat einen treffer gekriegt hat das vielleicht selber noch nicht mitbekommen weil er am sogenannten pack oder wo auch immer markiert war oder hat es mitbekommen und spielt weiter das ist ähnlich wie vergleichsweise beim fußballern eine unsportlichkeit ein faul wie auch immer was das nehmen will ist teil des spiels dafür sind die schiedsrichter ausgebildet die sehen das sofort und nehmen den spieler aus dem laufenden spielgeschehen raus und natürlich damit es auch eine strafe ist direkt den ihm am nächsten sitzenden oder stehenden mitspieler bei fünfmann spielstärke im team ist es natürlich ganz klar wenn man eine strafe kriegt einen faul begangen hat wie man es nehmen will und verliert nicht nur sich selber sondern nimmt noch quasi einen mit ist das kann das schon spielentscheidend sein deshalb spielen die profiteams wie frankfurt syndicate in der regel fair direkt der treffer gehen direkt raus weil man im team durch eine sogenannte unsportlichkeit in der regel mehr schadet und die dpl marshals sehen sowas sofort ja hier gibt es eine frage im chat wie wird man denn eigentlich marshall das könnten wir dann vielleicht mal das wird euch nach einem interview auf jeden fall gerne erklärt aber ich kann jetzt schon mal vorab sagen weil es gibt marshall kurse einfach an e mail an ulrich at millennium-series.com schreiben da erreicht man ulrich steher das ist der verantwortliche für das marshall programm nicht nur in der deutschen paintball liga sondern eben auch in der sogenannten millennium serie das alles einheitlich und regelkonform verläuft dort kriegt man den kursen beigebracht was man wissen muss so aber es geht auch weiter cd gegen je factory game on der erste je spieler verlässt bereits das spielfeld wurde markiert konziliung der aus zürich noch mit allen spielern im laufenden spielgeschehen ein sehr verhaltener start bislang j factory hat ein move aus der mitte in tippies gemacht und auch da geht der erste spieler von cd christoph wüterich wird ebenfalls markiert das heißt der zweite cd spieler geht je besetzt die snake snake die sogenannten liegen in deckung am spielfeldrand von denen man einen besonders guten schusswinkel quer übers feld hat so bei den teams bleiben erst mal und da geht der nächste Spieler von CD das heißt es sieht aus als wenn JE einen weiteren Punkt machen würde so und da wird das Spiel beendet Konzilium hat das sogenannte Handtuch geworfen das ist ähnlich wie beim Boxen das Spiel wird vorzeitig abgebrochen der Punkt wird an die gegnerische Mannschaft in dem Fall JE vergeben das sorgt einfach dafür dass man sich Munition spart oder eventuell weiteres Putzen natürlich bei einem Überzahlspiel durch das gegnerische Team wenn nur noch ein Spieler drin ist der letzte Spieler in der Regel den ein oder anderen Ball mehr bekommt einfach um ganz sicher zu gehen dass er raus und markiert ist in dem Fall probieren halt mehrere Spieler den letzten Spieler aus dem Spiel zu nehmen dementsprechend viele Bälle sind in der Luft gut dann wir hören es gibt ein sogenanntes Time Out Time Out ist eine extra Zeit die die Teams nehmen können eben um sich aufzupotten um ein bisschen mehr Zeit zu haben genau sich abzusprechen nochmal die Taktik durchzugehen für den nächsten Punkt denn die Preds könnten das Spiel jetzt beenden indem sie den nächsten Punkt machen denn dann steht es 4 zu 0 die Preds bislang durch gutes Teamplay und auch aggressives Teamplay nämlich durch die Mitte an den Seiten pushend 3 zu 0 in Führung gegen Offenbach coming Etja Offenbach Etja noch etwas müde aufs Spielfeld laufend ein bisschen in Wallung kommt ja jetzt gibt es noch vielleicht den einen oder anderen Huddle ein bisschen aufwachen sonst ist nämlich die Partie vorbei so gleich geht es weiter spannend so auf coming Etja Seiten gibt es erst den 1 for 1 oh coming Etja verliert den ersten Spieler bekommt sogar noch ein 1 for 1 damit sind zwei Spieler raus das heißt nur noch zu dritt die Preds verlieren aber auch ebenso einen Spieler coming Etja besetzt das Millenium M in der Mitte eine der stärksten Positionen und auch zack markiert der M-Spieler so auch die Cologne Preds bekommen ein 1 for 1 jetzt haben wir hier eine 1 on 1 Situation das heißt beide Teams haben nur noch einen Spieler im Rennen ja der Spieler der hier über die Snack geht versucht jetzt ja und hat ihn getroffen und er markiert den letzten Spieler der Preds damit geht der Punkt an coming Etja geht der Punkt an coming Etja die Begegnung ist noch nicht vorbei coming Etja liegt allerdings 1 zu 3 hinten wir erinnern uns bei vier Spielpunkten ist die Partie beendet das heißt letztendlich hat haben die Cologne Preds noch drei Matchpunkte zu machen so ansonsten geht es weiter Karin JE gegen CD Spielstand im Moment 2 zu 2 sehr ausgeglichen sehr ausgeglichen ja das könnte spannend werden da kommt die Frage wann Fatality wieder am Spielen ist das ist in dem nächsten Block allerdings geht es hier jetzt erstmal direkt weiter es ist schon angezählt Game on in dieser ausgeglichenen Begegnung so und äh JE verliert zwei Spieler ebenfalls ein 1 for 1 wenn ich es richtig gesehen habe Consilium Day besetzt das sogenannte Millennium Elm das ist die große Deckung in der Mitte von der man aus einen herrlichen Blick und Schusswinkel hat man auch die über das rechte und linke Spielfeld. Hier passiert jetzt erstmal nichts Großartiges. So, der Conceal-Unday-Spieler aus dem Millennium M ist rausgeschossen worden. Damit ist die Partie wieder sehr ausgeglichen. Und auch Christoph Wüterich wird beim Versuch im Center-Dorito anzukommen rausgeschossen. Der Spieler von Conceal-Unday hat noch ein kleines technisches Problem. Oh, jetzt baut er hier seinen Markierer auseinander. Hier scheint es technische Probleme aus seinem CD zu geben, aber das Spiel ist eh vorbei. Der Punkt geht an Conceal-Unday. Damit 3 zu 2 für das Team aus der Schweiz. Das sympathische Team in Blau. Und deutlich dynamischer als beim letzten Einlaufen kommt Offenbach-Comingettia aufs Spielfeld. Ja, geschlossen. Haben wieder Mut gefasst. Haben nachdem sie den Punkt gemacht haben zum 1 zu 3 gegen Nicolau und Pretz wieder ein bisschen Luft gewonnen, weil die Pretz eigentlich noch entspannt sein können. Schließlich haben sie dreimal die Möglichkeit, diese Partie zu verwandeln. Ja, und ich bin gespannt, ob hier Carmen Etter jetzt zurückkommt und den nächsten Punkt macht. Und an dieser Stelle ist nochmal zu sagen, entgegen der langläufigen sprichwörtlichen Meinung hinten wird die Sau fett, ist es in der Deutschen Fanball-Liga ganz anders. Es ist entscheidend, gerade am Anfang wichtige Punkte zu machen, die dann am Ende, wenn die Liga in den Schluss geht, wirklich entscheidend sind. Deshalb gilt es auch schon am ersten Spieltag nichts zu verträumen, direkt in die Saison durchzustarten. Apro ist verträumen. Ich sage auch nochmal hier herzlichen Dank für den Kaffee an den Platzwart Daniel Paschekluth. Er schmeckt köstlich, ist nicht mehr ganz so warm, aber sehr kostlich zubereitet. Koffein ist ja manchmal auch wichtig. Manchmal? Ja. Ein paar letzte Worte werden getauscht an den jeweiligen Bases. Noch ein paar kurze Empfehlungen quasi gegeben an die Mitspieler. So, und gleich geht es los. Hochspannung. Game on. Bei den Preds geht der erste Spieler in dem rechten, kleineren Tempel. Etja hat die Mitte das Millennium M besetzt und markiert auch direkt. Deshalb ist das eine der besten Deckungen für das Spiel. Wenn man am Anfang reinkommt, markiert den nächsten Predsspieler. Zwei Spieler bei den Preds raus. Bei Offenbach Etja noch alle Spieler im laufenden Spielgeschehen. Nein, da geht einer. Und ich glaube hier der Moped zumindest sein Spitzname hat jetzt hier vom Center, also das ist die hintere, mittlere Deckung das Feld breit gemacht. Also es ist jetzt rausgelaufen auf die Snake-Seite um einen besseren Winkel nach innen zu bekommen. Offenbach Kamen Etja zieht auf die Tower-Seite weiter. Ebenso ist Kamen Etja in der sogenannten Snake angekommen, wobei der Spieler aus dem Millennium M vom Etja und der Backcenter von den Preds und auch hier überschlägt es sich ein bisschen alle weiteren Spieler von den Cologne-Pretts vorm Spielfeld gehen. So. Damit macht Offenbach Kamen Etja einen zweiten Punkt und erhält sich die Chance diese Partie für sich zu entscheiden. Gab es jetzt noch eine Strafe? Ja, wenn ich es richtig gesehen habe, haben die Cologne-Pretts gegen Ende der Begegnung eine Strafe bekommen. Da das Spiel schon vorbei war, führt das dazu, und ich richtig informiert bin, dass in der nächsten Begegnung die Cologne-Pretts nur mit vier Spielern statt fünf starten werden. Das heißt, es sieht letztlich gut aus für Offenbach-Kameng Etja sich noch eine Chance auf den Sieg in der Partie zu halten. Aber wir machen weiter. JA Factory eine sehr ausgeglichene Partie gegen Concilium Day aus der Schweiz. Concilium Day in blau und JA Factory in rot-schwarz. Game ist on. Der erste Spieler von CD ist bereits ausgeschieden. CD nur noch vier Spieler, während JE mit allen Spielern drinne ist. Oh, da steht der Marshall auf, um einen CD-Spieler zu checken. Und der ist auch markiert, hat einen Treffer bekommen und auch da geht ein weiterer Team von Concilium Day aus der Schweiz. JA Factory zieht jetzt langsam von den hinteren Deckungen in die vorderen nach. Es ist nur noch ein Spieler bei Concilium Day aus der Schweiz drinne. Und auch hier wird das sogenannte Handtuch geworfen, das heißt Concilium Day aus der Schweiz gibt den Punkt vorzeitig an JA Factory ab. Damit steht es aktuell in der laufenden Begegnung 3 zu 3. 3 zu 3. Sehr auswendig eine Partie. Wobei auch beide Teams muss man sagen sehr verhaltens spielen, das heißt die spielen ein bisschen konservativer, ein bisschen vorsichtiger, besetzen eher erstmal die hinteren Deckungen, was nicht so spektakulär letztendlich ist. Aber Ja, was ist denn da? Was haben wir denn da? Ja, was haben wir denn da? Wir haben einen weiteren Co-Moderator. Es ist Miss Take. Hallo Miss Take. Hallo Miss Take. Miss Take. Dein Eindruck vom Spielgeschehen. Spannend. Offen und verblühen. Spannend. So, oh, es geht weiter. Ja. So, beim Pretz führen wir drei Punkten. Etia hat zwei Punkte hinten. Ja, und Pretz. Können die den letzten Punkt machen für die Partie? Oh, der Marshall rennt über das ganze Spielfeld. Hat scheinbar was gesehen. Der erste Etia-Spieler verlässt das Spielfeld. Ist markiert an der Maske. Ein schöner Treffer. Ja, und die Pretz hier sehr defensiv bleiben erstmal hier in ihren Deckungen sitzen. Beziehungsweise Schnee war es auch schon wieder im T-Pack 2. Ich denke, der würde jetzt Druck machen. Und da geht der Snake-Spieler von Coming Etia. Aber der Marshall bewegt sich auch bei dem Pretz, um einen Spieler zu checken. Hat der aber scheinbar nicht markiert. Ja, und Schneeweiß im T-Pack 50. Schneeweiß. Und schießt hier auf den Spieler in der rechten hinteren Ecke auf Coming Etia-Seiten. So, und der Spieler von den Cologne-Pretz, der Schneeweiß gelandet wird, ist auch raus. Oh, sehr unnötig. Die 50s, das 50-Tippie wurde von den Cologne-Pretz nachbesetzt. Das hat der sogenannte Schnee-Spieler nicht gesehen. hat auch von hier aus gesehen einen Treffer bekommen, der aber nicht aufgegangen ist. Und da wird der letzte Spieler von den Pretz markiert. Das ist unglaublich. Und wir haben einen Spielstand von 3 zu 3. Von 3 zu 3. An der Stelle möchte ich übrigens nochmal sagen, dass der Pretz-Spieler von hier aus sehr gut sichtbar, der die 50s nachbesetzt hat, das 50s-Tippie so genannt, den schon auch getroffen hat, ganz klar, aber die Kugel scheinbar nicht geplatzt ist. Und letztendlich wurde er dann von dem Etia-Spieler markiert. Sehr schade, aber macht diese spannende Partie wieder offen. Ja. Und jetzt zu einer ebenso spannenden Partie zurück. CD gegen JE. 3 zu 3. 3 zu 3. Das heißt, der nächste Punkt entscheidet Kahlen, oder? Ja, so ist es. Ja, hat schon jemand geschrieben, der sieht so aus wie ich. So, game is on. Auch hier, beide Teams wissen, es geht um alles in dieser Begegnung. Das heißt, beide Teams besetzen erstmal sehr konservativ, sehr vorsichtig die hinteren Deckung. Ja, und JE spielt hier einen Double Center, das heißt, die hintere, kleine, mittlere Deckung wird mit zwei Spielern besetzt, jetzt aber auch aufgemacht und ein Spieler movt in das große M. Und da kommt die spektakuläre Aktion. Der Spieler von Concilium Day rennt durch die Mitte durch, markiert den Spieler von JE Factory, der im Millennium M war und kriegt dafür für diese Aktion extra Bälle noch mit. Bei beiden Teams vier Spieler weiterhin in der laufenden Begegnung sauber am Spielen. Ja, Mike, ich kann verstehen, dass deine Nerven blank liegen. Okay, und jetzt ein Move von JE in die Snake 1, Snake 2 und da fliegen die nächsten Spieler ab. Die von Concilium Day Oh, da geht der nächste CD-Spieler und so wie es aussieht, so wie es aussieht, war der letzte Spieler von JE Factory markiert in dieser spannenden Begegnung. Der Spieler von Concilium Day in Blau aus der Schweiz begibt sich zum Buzzer. Ganz entspannt, er weiß, er ist sauber, hat keinen Treffer erhalten, er checkt sich nochmal, aber drückt den Buzzer und damit Marshall prüft nochmal letztlich, ob er wirklich unmarkiert angekommen ist. Hat er sehr gründlich gemacht und gibt den Punkt an Concilium Day aus Zürich und damit geht die Partie an Concilium Day aus Zürich. Also ich muss sagen, es ist ein sehr spannendes Spiel gewesen. Sehr ausgeglichene Partie, auf sehr hohem Niveau, eben auf DPL-Niveau, deutsche Paintball Liga. Insgesamt haben wir 350 Teams, die in der deutschen Paintball Liga deutschlandweit in den verschiedensten Spielklassen organisiert sind und wenn ihr ein Team habt und durchstarten wollt, das ist euer Anlaufpunkt. So, weiter geht's. Cologne Pretz gegen Offenbach Coming Edge. Game on. Auch hier gehen die Pretz direkt in das Millennium M. Center, verlieren aber diesen Spieler. Coming Edge noch mit allen Spielern im Rennen sehr vorsichtig, sehr verhalten gestartet, auf Sicherheit gespielt. Coming Edge besetzt, die Snake. Ist auch wohl angekommen, sicher? Nein, der Spieler ist markiert worden, aber auch da geht der nächste Cologne Pretz Spieler. Schneeweiß hatte ihren Hopper Treffer. Immer noch vier Spieler von Coming Edge drin, wobei ein Spieler scheinbar seinen Lauf putzen muss, er hat einen Ballplatzer im Lauf. sehr ungünstig, gerade wenn uns alles geht, da die Bälle nur noch kreuz und quer fliegen, wenn man ein bisschen Schmier drin hat. So, wenn ich das wichtig sehe, auf Kamen Edgeya noch drei Spieler allein. Und auch da wird der nächste Cologne Pretz Spieler markiert und ein weiterer Spieler. Damit dürfen nicht so viele Spieler von dem Pretz mehr drin sein. Coming Edgeya geht zum Buzzer unmarkiert und drückt den Buzzer mal sehen, ob er sauber ist. Der Schiedsrichter, der DPL-Rev gibt den Punkt an Offenbach Coming Edgeya. Sehr spannende Partie. Pretz haben geführt 3 zu 0. Sehr stark gestartet. Kamen hat ja sehr müde gestartet. Und der Mischer kommt jetzt, um seine Jungs zu verhauen. Lese ich das richtig? Beide Begegnungen sind vorbei. Genau. Dann habe ich mir sagen lassen, geben wir es ab in einen kurzen Werbeblock. Ein Werbeblock. Es startet einen Werbeblock. Wurde mir ja meine Beine sind so steif gefroren. Werbeblock. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und los geht's. So. Erstmal alle sicher in ihren Deckungen angekommen. Breakout direkt im T-Pack 2. Das heißt schon was. Aber auf Breakout-Zeiten auch schon ein Spieler vom Feld gegangen. Vier Spieler noch alive. Mayhem verliert gerade den Snake-Spieler und den Center. Und Breakout macht hier ordentlich Druck über die T-Pack-Seite. Kommt über die Tippis. Wird aber gesehen und hoffentlich jetzt gleich auch von Mayhem gekriegt. Der Mayhem-Spieler wartet. Oh, jetzt wird's eng. Die Tippis direkt voreinander. Der Mayhem-Spieler verliert. Getroffen. Der Mayhem-Spieler fordert Marshall zum Paincheck an und ist noch sauber. Der Mayhem-Spieler ist noch drin. Es ist noch nichts verloren. Breakout verliert die Snake. Und jetzt eine One-on-One-Situation, wenn ich das richtig sehe. Ein Spieler auf Seiten Breakout und ein Spieler auf Seiten... Ne, zwei Spieler auf Seiten Mayhem. Hier hat sich noch einer im anderen Corner versteckt, also in einer anderen Ecke. Also sprich, alle beide Ecken sind besetzt. So, und jetzt hier... Der Corner ist vorgezogen. Geht der Spieler über die T-Pack-Seite. Und der Breakout-Spieler ist raus. Und der Breakout-Spieler ist raus. Geile Sache. Mayhem macht den Punkt. Sehr schön. Wahnsinn. Super. So, Buzzer ist gedrückt. Der Spieler wird noch kurz gecheckt. Aber er scheint sauber zu sein. Einmal tanzen, einmal umdrehen. Und der Punkt ist gegeben. Bam! Punkt Mayhem. Sehr schön. Gut gespielt. Schön die Nerven behalten. Obwohl Breakout echt Druck gemacht hat. Aber gute Figur gemacht. Da wird Mayhem nochmal gelobt. Ja, und jetzt... Der nächste Punkt. Die Cologne Hurricanes. Gegen Fatality. Ah, die auch schon in den neuen Jerseys grün sind. Grün-blau. Los geht's. Das Spiel startet. Und wieder beide Seiten angekommen. Fatality verliert aber direkt zwei Spieler. Und die Hurricanes ziehen vor bis ins M. Die Hurricanes wollen es wissen, machen Druck über die Tipi-Seite. Haben beide Tipis besetzt. Haben das M besetzt. Und Fatality sitzt vor dem Snake-Zugang und hat einiges zu tun, sich da zu halten. Checkt sich, aber scheint nicht aufgegangen zu sein. Aber jetzt wird er geholt. So, und das war's. Das war's. Ziemlich eindeutige Sache. Ich hab gedacht, die tun sich schwerer. Und der Punkt geht an die Hurricanes. Deutlich. Punkt ist gegeben. Das heißt, es war eine kurze Pause für Mayhem und Breakout, um sich wieder fertig zu machen. Genau. Mayhem kommt schon wieder aufs Feld. Breakout. Wartet noch ein bisschen. Ach nee, da drüben. Ach, das ist immer so schlecht. Alles gut, alle da. Oh, wenn ich's richtig sehe, spielt Fidi auf Mayhem-Seite? Nee. Nein, doch nicht. Oh, er stand genauso wie Fidi. Ich hätte Fidi sehr gerne mal wieder auf dem Feld gesehen. Ja, ich hatte schon mal die Idee, die Ehre gegen ihn zu spielen. Und weiter geht's. Breakout gegen Mayhem. Aktuell 1 zu 0 für Mayhem. In dem Punkt gerade ein Mayhem-Spieler leider sofort raus. Oh, ein weiterer. Zwei Mayhem-Spieler schon vom Feld gegangen. Oh, und hier auf der anderen Seite. Drei. Na, das sieht diesmal nicht ganz so ausgeglichen aus wie eben. Breakout sitzt noch sehr sicher mit allen Leuten in Entdeckung. Sind noch relativ weit hinten geblieben. Mal, der letzte Mayhem-Spieler. Na, zwei Mayhem-Spieler. Oh, okay. Hätte ich's mal nicht gesagt. Nur noch ein Mayhem-Spieler. Und Mayhem wirft das Handtuch. Das war leider im Gegensatz zu eben relativ chancenlos. Genau. Und um das nochmal zu klären. Also der Spieler, der aussieht wie Fidi, das ist der Long. Stimmt. Das könnte an einer ähnlichen Körperstatur liegen. Entschuldigung, dass ich die beiden verwechselt habe. Long dieses Jahr, das erste Jahr bei Mayhem. Richtig. Also spielt dieses Jahr für St. Pauli Mayhem. Letztes Jahr hat er noch gespielt für... Boah, in der DPL weiß ich's gar nicht, wie er gespielt hat. Der Long spielt eigentlich überall. Jeder, der ihn aufnimmt. Also wenn ihr mal einen Spieler braucht, Long ist, glaube ich, immer für so Spielchen zu haben. Ja. Ein Spieler, der im Center steht wie der Fels in der Brandung. Weiter geht's mit den Hurricanes gegen Fatality. Noch kein Spieler hat das Feld verlassen. Beide Teams stehen ziemlich sicher hinten drin. Fatality holt... Oh, oh, oh. Direkt mit Strafe. Da verlassen zwei Fatality-Spieler gleichzeitig das Feld. Und der dritte folgt. Und die Hurricanes sind schon auf den 50s angekommen. Haben noch keinen Spieler verloren. Fatality sitzt wieder im Snake-Zugang. Und wieder läuft der Hurricanes-Spieler los, um ihn sich zu holen. Oh, 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 oh. Okay, das war's. Wieder ziemlich deutlicher Punkt für die Hurricanes. Der wird noch kurz gecheckt, aber der ist sauber. Der vorherige Punkt war auch bei Loni. Mhm. Genau. Beide Partien gerade. 2 zu 0. Seitenwechsel. Genau. Und um das vielleicht auch mal zu erklären an die Leute, die noch nicht so lange Paintball spielen. Oder die Muttis, die zugucken. 5 Million und 1 Million. Das sind Sachen, die werden gerufen, wenn eine Seite komplett frei ist. Also wenn zum Beispiel auf der linken Seite vom Millennium M gesehen kein Spieler mehr ist, dann ist es meistens 1 Million. je nachdem auf welcher Seite man steht. Und die andere Seite frei ist von weit. So. Los geht's. Oh, der Breakout verliert direkt zwei Leute. Da hat Mayhem schöne Lines gelegt. Der dritte Spieler geht auch schon. Und Mayhem noch vollzählig. Und wieder ein Breakout-Spieler. Breakout versucht jetzt hier über die Tipi-Seite. Kassiert aber ordentlich dafür, für den Versuch. Und trifft keinen Mayhem-Spieler dabei. Mayhem vollzählig am Buzzer. Jetzt gibt's eine Schlägerei, wer buzzern darf. Nein. Alles geregelt, alles ordentlich. Ich glaube gerade von hier unten mitgekriegt zu haben, dass Breakout gleich mit einem Spieler weniger startet. Ja. Werden wir aber dann im nächsten Punkt sehen, ob es wirklich so ist. Ob es Playing-On war. Oh, Schoki. Wir haben hier Schweizer Schoki bekommen. Schweizer Schoki. Vielen Dank für die Schweizer Schoki. Komm bestimmt. Von Wischi. Danke Wischi. Vielen Dank an Wischi und unsere ganzen Schweizer Freunde für die hervorragende Versorgung mit Schoki. Schoki ist immer wichtig. Schoki, oder? Ich kann das nicht so schön. Oder? Oder. Wir können uns ja mal vom Wischi einen Schweizer Deutschkurs geben lassen. Und wieder Hurricanes gegen Fatality. Mal sehen, ob's wieder so eindeutig wird. Meine Herren, die Hurricanes drücken hier wieder nach vorne. Was geht. Sind schon wieder im M angekommen. Oh, bezahlen das jetzt aber. Und verlieren den Spieler aus dem M. Oh, und nicht nur den. Insgesamt sind schon drei Hurricanes-Spieler weg. Bei Fatality sieht's noch sehr gut aus. Sind jetzt in der Snake angekommen. Und im Tipi zwei hier vorne. Oh, und der Butch hat hier eine ganz grausame Pfeife ausgepackt und pfeift die Cheese. Ja Butch, super machst du das? Okay, nur noch einer über. Oder was pfeift er da? Mit Cheese können's eigentlich nicht sein. Okay, der Spieler ist auch raus. Na, Fatality scheint aufgewacht zu sein. Und wollte sich hier auf jeden Fall nicht zu Null vernichten lassen. Ja. Holt jetzt den ersten Punkt. Wahrscheinlich, wenn jemand buzzert und dann noch kontrolliert wird. Hört man die Pfeife vom Butch hier eigentlich auch? Von der Akustik her, ich glaub schon. Bitte? Ja, die Snake pfeift er auch. Ja, die hört man. Das glaub ich. Ganz grausames Geräusch, Butch. Ganz grausam. Hast du nicht was anderes? Du hast doch so eine laute Stimme. Oh nein. Okay. Ja. Ich fand's besser als die Trillerpfeife. Ich fand nicht, was besser ist. Nimm die Tröte. Nein, alles. Schreien, Tröten, Pfeifen, alles durcheinander. Das bringt bestimmt total viel. Es ist immer noch gefühlte minus 10 Grad, wenn ich das mal gerade erwähnen darf. Eigentlich wird's von Minute zu Minute kälter. Aber wir machen uns einfach warme Gedanken. Ich bediene mich mal an der Schoki. So, Mayhem gegen Breakout. Und Breakout startet nur zu viert, oder? Haben wir's eben noch richtig gehört. Und verlieren direkt den ersten Spieler. Mayhem vollzählig und Long. Ah, Mayhem verlieren einen Spieler. Long ist aber nichtsdestotrotz im M. Wird aber jetzt rausgenommen. Oh. Mayhem nur noch zu zweit. Drei Spieler in kurzer Zeit verloren. Nicht gut. So, und Breakout springt in die Snake. Ein schöner Move. Wunderbarer Move. Sehr schön anzuschauen. Mal sehen, wie effektiv er da jetzt arbeiten kann. Mayhem hat's aber mitbekommen. Und müsste von dem kleinen Center hier hinten eigentlich was ausrichten können, dass Tippi geht. Mayhem nur noch alleine. Oh, 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 oh. Den hat er übersehen. Handtuch Mayhem. Direkter Punkt für Breakout. Punkt Breakout. Damit steht's 3 zu 1. Ist richtig? Ja, ich denk schon. Du machst die Striche. Ja. Es ist sogar so kalt, wenn ich das gerade mal anmerken darf, dass unsere Schoki fast geboren ist. Ja. Das stimmt. Ah, Long hat letztes Jahr für die Hurricanes gespielt. Ja, das stimmt. Ich sag doch, der Long spielt für jeden. Ja, genau. Aber er spielt ja auch gut. Also von daher kann ich ihn immer gerne ins Team aufnehmen. Der Junge kann was. Ja, und ich muss sagen, also die neuen Fatality Jerseys sind einfach, also mir gefallen die extrem gut. Muss ich sagen. Echt ne schöne Farbkombi. Hurricanes gegen Mayhem. Ach Quatsch. Hurricanes gegen Fatality, Entschuldigung. Hurricanes hat zwei Spieler verloren. Da geht der dritte. Fatality scheint definitiv aufgewacht zu sein. Oh. Und hat das Tipi zwei übersehen. Oh. Der aber leider jetzt auch geholt wurde. Fatality sitzt im M und versucht sich gerade einen Überblick zu verschaffen. Ja, der Joey läuft jetzt übers M und war letztes Jahr auch bei mir im Interview. Ein sehr aggressiver Spieler. Mal schauen, was der da jetzt auswirken kann. Oh, jetzt kommt er zu zweit über die Seite. Haben die letzten Spieler der Hurricanes geholt. Zu dritt. Und wieder Buzzer für Fatality. Darin steht es 2 zu 2. Ja. Punkt ist gegeben. 2 zu 2. Ja. Und ich muss sagen, 8 Grad ist gelogen. Wer sagt ein 8 Grad? Ach. Der Chat lügt. Werden das geschrieben. Niemand. Das geht so schnell hier im Chat, man kann es kaum verfolgen. So. Breakout Mayhem. Es steht. 3 zu 1. Oh. Ja. Dann jetzt auf Mayhem. Ansonsten wird es eng. Wenn Breakout jetzt den Punkt macht, dann war es das mit der Begegnung. Ob der Bobby bei den Hurricanes spielt? Flo, das muss ich erst noch rausfinden. Ich weiß es gar nicht. Auf geht's. Das Spiel ist gestartet. Breakout ist ziemlich mittig geblieben. Besetzt jetzt erst das Tippi an der Seite und die Snake. Es sind aber auch beide angekommen. Mayhem hat einen Spieler verloren. Steht aber ansonsten auch gerade noch ziemlich sicher. G2 bei Mayhem. G3. Und der Breakout-Spieler springt über die Schnüre des großen M's. Echte Akrobaten hier. Und schießt auch direkt hier den Alex raus. Oder war es der Long? Das war der Long. Ja. Das letzte Mal noch in der Tonne gestanden. Tja. Damit geht der Punkt an Breakout, wenn der Spieler jetzt sauber ist. Ja. Und der Spieler ist sauber. Punkt ist gegeben. Damit ist die Begegnung in dem Doppelblock vorbei. Dafür machen sie die Hurricanes und Fatality mit 2 gegen 2 im Moment. Ordentlich spannend. Es müsste 4-2- stimmen. Tja. Äch sie sagt, wie ging der Spieler jetzt? Das ist nicht ganz please. G3,1-2-2-3 für die Kazakhstan. Also das elementsotti hat mir gepasst sein. Beide Teams wirken extrem entspannt. Um es nochmal zu sagen, beides Aufsteiger, beide dieses Jahr das erste Jahr in der ersten Bundesliga und das Spiel läuft und es bewegt sich direkt ein Hurrikan-Spieler in das große M in der Mitte, Verteilte läuft durch, der Verteilte-Spieler hat sich geopfert um das M hier rauszuschießen. Ich glaube sogar, es war der Joey. Also sprich, momentan noch vier Spieler auf beiden Seiten. Na, hätte ich es mal nicht gesagt. Einer weniger bei den Hurrikan-Spieler. Direkt mit einem One-For-One. Aktuell noch mit drei Spielern. Einer ist gerade in die Snake gegangen und die Snake ist raus. Dafür besetzen die Hurrikan-Spieler. Die Snake direkt nach. Oh, Fight hier vorne, Tipi zwischen dem Tempel. Fatality geht und kassiert ein One-For-One. Und das war jetzt natürlich tödlich. Da hatte der Spieler in den 50 Tipis anscheinend einen Treffer irgendwo am Kopf. Na, vorne am Hopper. Am Hopper. Okay. Und da gab es hier eine Strafe. Und damit holt sich der letzte Hurrikan-Spieler den Buzzer. Und damit steht es 3 zu 2 für die Hurrikan. Hier wurde gerade die Frage aufgelöst, wo der Treffer war. Ich lag mit dem Hopper falsch, du mit dem Kopf aber auch. Der Treffer war unter der Flasche. Unter der Flasche. Unter der Flasche ist auch wirklich schlecht zu merken, zu sehen, zu hören. Wie gesagt, da hatte Mayhem, dann stand es vorher. Hast du die Punkte falsch aufgeschrieben? Ja. Die Karin war es. Die Karin war es. Also steht es jetzt hier 3 zu 2. Sozusagen wenn Breakout jetzt den Punkt macht, sind sie durch. Ansonsten hat Mayhem natürlich auch noch die Chance auszugleichen aufs 3 zu 3. Und dann wäre es natürlich wieder spannend. So, hier werden noch mal kurz die Tipis neu aufgeblasen. Und der Punkt ist dann bei Fatality, die Hurrikan liegen mit 3 zu 2 vorne. Genau. Und ganz kurz, lieber Waldi, vielen Dank für die SMS. Irgendwie ist aber mein Handynetz wieder verschollen, wie es hier so des Öfteren mal passiert. Solltest du noch im Chat sein? Die Antwort auf deine Frage ist, ja bitte, wir erfrieren sonst. Ja, und auch hier jetzt schon im Bild der Snakespieler von St. Pauli Mayhem. Jetzt nicht mehr, aber gerade eben der Eugen. So, und los geht's. Breakout direkt kackendreist durch bis ins M und angekommen. Mayhem verliert 3 Spieler. Breakout will jetzt definitiv den Sack zumachen. Ja, wir gehen jetzt aggressiv vor. Oh Mann, ich will jetzt nicht an der Stelle des Mayhem-Spielers sein. Das war's. Das war kurz, das war eindeutig. Ja, und Breakout macht den Punkt. 4 zu 2. Fatality schon wieder auf dem Feld. Genau wie die Hurricanes. So, im Chat wurde gerade nach einer aktuellen Tabelle gefragt. Wir kümmern uns. Da war uns leider eben das System abhandengekommen, wahrscheinlich zusammen mit meinem Handyempfang. Die Karin kümmert sich jetzt aber gerade parallel und trägt das nach. Ihr könnt's auf der DPL-Seite dann sofort live einsehen. Das Spiel geht weiter. Fatality gegen Cologne Hurricanes. Und die Hurricanes wieder in ihrer Lieblingsdeckung, wieder im M angekommen. Okay, verlieren leider den Spieler direkt wieder. Fatality besetzt jetzt die Snake nach und das M gleichzeitig. Jetzt weiß ich auch, was die Pfeife heißt, die die ganze Zeit drüben von Butch aus ertönt. Die Hurricanes haben das TP1 nachbesetzt. Und da opfert sich der Hurricanes-Spieler, um den Fatality-Spieler aus dem M rauszunehmen. Mit Erfolg. Das ist ein Stück. Ah, One-on-one, wenn ich das richtig sehe. Ah, nee, da drüben sind noch zwei Spieler, Entschuldigung. Fatality holt sich den Punkt. So, Fatality-Spieler ist auch sauber. Das heißt, der Punkt wird gegeben. Das heißt, drei zu drei. Drei zu drei, oder? Ja. Ja, ich meine, wenn man zehn Minuten Spielzeit gegeben bekommt, dann sollte man die auch einfach komplett ausnutzen können. Das geht natürlich nur, wenn es so läuft wie jetzt. Deckung werden gerade nochmal alle sauber gemacht von den Marshalls, die bis jetzt, zumindest so wie es hier vom Tower aussieht, wirklich einen super Job machen. So, ich aktualisiere gerade die Tabelle, damit wir nach dem Blog auch mal wieder aktuelle Ergebnisse haben. Die Hurricanes nehmen ein Time-Out. F-U-C-K-T-O-N. F-U-C-K-T-O-N. Mit T. F-U-C-K-T-O-N. F-U-C-K-T-O-N. F-U-C-T-O-N. F-U-C-T-O-N. F-U-C-K-T-O-N. So, Fatality ist schon wieder komplett an der Startbase angekommen. Die Hurricanes, nur 1, 2, 3, 4 kann ich sehen. Der 5. versteckt sich vielleicht gerade hinter der Tonne. So, 10 Sekunden. Marshals liegen auch wieder bereit. Auf geht's. Die Hurricanes, diesmal erst hinten in Center gedoppelt und dann in die Tonne vorgezogen. Der Center jetzt frei, aber dafür sind die Hurricanes diesmal noch nicht im M. Nicht die selben Moves wie eben. Scheint sich auszuzahlen, denn wir haben noch keinen Spieler verloren. Fatality geht schon mit zwei Leuten vom Feld. So, eng. Das wird eng für den Fatality-Spieler. Der ist raus. Die 1 ist noch besetzt, das heißt hinten das Tipi-Cover. Hurricanes extrem überlegt in allem, was sie jetzt machen. wollen natürlich den Punkt nicht verlieren. So, Fatality nur noch mit einem Spieler hinten im Tipi. Der hat jetzt viel zu tun, holt sich aber noch einen Hurricanes-Spieler. Hurricanes noch zu dritt. Oh. Oh. Das gab noch ein bisschen extra Liebe hier. Der Hurricanes-Spieler hat sich geopfert, um den letzten von Fatality zu holen. So, will noch irgendjemand buzzern? Ja, hervorragend. So, damit gewinnen die Cologne Hurricanes gegen Fatality 4 zu 3. Der Punkt ist gegeben. So, damit die Tabelle ist aktuell, sagt die Karin. Ja, die Tabelle müsste jetzt aktuell sein. Hervorragend. So, da der Block dann jetzt vorbei ist, glaube ich, geben wir wieder aktuell in den nächsten Werbeblock. Genau. Jo. Nein. Nein. Also, falls wir Werbung wollen, wir könnten jetzt. Ja. 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 Haha. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Die Ronins haben zwei Spieler im Spielgeschehen, während Syndicate noch drei Spieler drin ist. Der Syndicate hat einmal die Snake besetzt und ansonsten... Da geht der Ronin-Spieler. So, nur noch ein Spieler drin bei den Ronins. Das interne Kommando bei Syndicate war früher mal Ziege. Nur noch eine Ziege drin, die aber jetzt auch raus markiert wurde. Für das Kommando Ziege wissen alle, jetzt geht es nur noch gegen einen. Ganz klarer Punkt in dem Fall für Syndicate. Wobei ich persönlich muss sagen, dass Syndicate, wie gesagt, sehr verhalten gestartet ist. Ich hätte mir natürlich auch im Sinne der Zuschauer gewünscht, dass sehr, sehr viel schneller mit schnelleren Moves begonnen worden wäre. Aber war nicht. So, geht es weiter mit Rammstein-Instinkt in den Oliven-Jerseys gegen Concilium Day aus Zürich. Ten Seconds sind angezählt. Und go! ZD verliert den ersten Spieler. Bei Instinkt sieht es noch gut aus. Bei Instinkt sind noch alle fünf da. Bei Instinkt sind noch alle fünf da. Und geht auch direkt weiter in die Mitte. Ist auch gerade eine Snake weiter nach vorne gegangen. Und die nächsten zwei Spieler gehen bei Concilium Day, dem sympathischen Team aus Zürich. und Fabian Dietz von Instinkt macht den Sack zu. Ist auf dem Weg zum Buzzer. Und in recht kurzer Zeit waren die sympathischen Jungs aus der Schweiz, bei denen ich mich an dieser Stelle noch mal herzlich für die Schokolade bedanke, vom Spielfeld gefegt. Damit kommen wieder die Ronins aufs Spielfeld. Die Ronins und Frankfurt Syndicate. Ronins in blau, Frankfurt Syndicate in Deutschlandfarbe. Man muss natürlich dazu sagen, Frankfurt Syndicate hat den Anspruch auch international das beste deutsche Team zu sein. Deshalb haben sie sich mit Sicherheit die Deutschlandfarben als Grundfarben für die Jersey ausgesucht. Go! Syndicate verlieren direkt beim Break einen Spieler. Die Ronins kommen alle safe in ihren Deckungen an. Und auch die Ronins verliehen einen Spieler. Und da gibt es den ersten Rampo. Ui! Aber Ronins besetzt schnell nach. Befindet sich auf den Fifties auf Tower Seite im Tempel und wird jetzt direkt auf Malte Bormann schießen. Wir kommen noch über die Snake Seite. Und da geht der Sender von Syndicate. Der Tempel bei Syndicate ist noch besetzt, steht aber mit dem Rücken zur Snake, was ihm jetzt das Spiel kostet. Der Tempel von Herrn Hofer von Herrn Hofer von den Ronins. Damit müsste es in dieser laufenden Begegnung eins zu eins stehen. Jo, tut's. Wenn der Punkt gegeben wird. Nein, leider nicht. Oh, der Punkt wurde nicht gegeben. One for one. Und was passiert da? Die Ronins haben es klassisch vermasselt. Früher hätte ich ein anderes Wort gebraucht. Was ist passiert? Der Ronins-Spieler, der den Buzzer gedrückt hat, um das Spiel zu beenden, war scheinbar markiert. Hat es scheinbar nicht gemerkt. Dafür gibt es dann eine One-for-One-Strafe. Das heißt, er und sein nächster Spieler gehen aus dem Spielfeld. Somit ist eigentlich nur noch ein Spieler von den Ronins verblieben. Da der letzte Spieler bzw. der bestrafte Spieler von den Ronins seinem letzt verbliebenen Mitspieler kurz signalisiert hat, ja, dann drück du doch den Buzzer, gab es natürlich eine weitere Strafe. Und damit geht das Spiel unentschieden aus, soweit ich weiß. Und im nächsten Spiel starten die Ronins nur zu viert. Ein deutlicher Vorteil für Team Syndicate. So, aber hier geht es weiter. Concilium Day aus der Schweiz gegen Rammstein-Instinkt. Rammstein-Instinkt sehr souverän, einen ersten Punkt gemacht. Schauen wir, was sich die Jungs aus der Schweiz einfallen lassen. Und Syndicate verliert direkt beim Breakout, ach, Instinkt, Entschuldigung, einen Spieler. Und der zweite Instinkt-Spieler geht. CD hat einen Spieler verloren, aber, aber der Marshall bewegt sich. Und es zieht nach einem One-For-One gegen Concilium Day aus. Das heißt, Spielstrafe und aktuell sind nur noch zwei Spieler drin bei CD. Instinkt zieht mit einem sehr langen Move in die Snake nach. Macht das Feld sehr weit auf. Zieht hier in die Tipics nach. Hatte direkt einen Erfolg. Denn nur noch ein Spieler drin bei CD und der wurde auch markiert. In dem Fall ist es sicherlich wieder Fabian Dietz von Rammstein-Instinkt, der den Weg zum Buzzer wählt. Und drückt. Die Marshalls kontrollieren nochmal, ob er auch sauber war. Unmarkiert. Nicht, dass das gleiche passiert wie bei den Ronins eben. Punkt wird gegeben. Damit führt Instinkt 2 zu 0. Und die Ronins betreten das Spielfeld. Betreten das Spielfeld nur noch zu viert für diese nächste Begegnung. Während der Syndicate vollständig starten kann. Wir erinnern uns, es ist kein Punkt vergeben worden. Es steht immer noch 1 zu 0 für Frankfurt Syndicate. 10 Seconds sind angezählt. Game on! Syndicate erwischt beim Breakout direkt einen Spieler von den Ronins. Ronins nur noch zu dritt im laufenden Spielgeschehen. Und noch ein Spieler verlässt das Feld. Und Syndicate spielt so, wie man es von jemandem erwartet, der Deutscher Meister 2012 werden will. Aggressiv, durch die Mitte durch. Verliert allerdings gerade den Spieler, der durch die Mitte gehen wollte. Ein Run-Through zum Ende. Und da ist es Malte Bormann auf dem Weg zum Buzzer. Ein kurzes, schnelles Spiel, das Frankfurt Syndicate äußerst souverän gewinnt. Fairerweise muss man natürlich sagen, dass Frankfurt Syndicate über jahrelange Turniererfahrung allerhöchster Spielklassen verfügt. Und dementsprechend eine große Souveränität mitbringt. So, weiter geht's auch in der Begegnung Rammstein Instinct. Gegen Constitucion C. Zehn Sekunden sind angezählt. Jetzt sollten sich die Spieler beeilen. Und los geht's! Sehr schönes Breakout von Instinct, schön aggressiv. CD verliert den ersten Spieler dadurch. Instinct sitzt schon in der mittleren Deckung im Millennium End. Verliert aber jetzt den M-Spieler. Wenn der ganz klar einen Maskentreffer bekommen hat. Consilium verliert den zweiten Spieler. Und den dritten. Und ein Run-Through. Jetzt wird's eng, da kommt der Run-Through. Und das war der letzte Consilium-Spieler. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir die Begegnung, diese Begegnung, Instinct gegen Consilium Day bislang am heutigen Tag am besten gefällt. Instinct spielt den aggressivsten Ball bislang, sind also aufgewacht. Spielen immer schön, pushen schön vorwärts. Zeigen gerade den Zuschauern hier am Livestream und auch zahlreich vor Ort, so muss Paintball aussehen. Tja, was mit CD los ist, gute Frage, Marc. Wissen wir auch nicht. Vielleicht auch noch nicht wach geworden oder von der eigenen Schoki zu viel verschenkt, zu wenig selber gegessen. Man weiß es nicht. So, beide Teams auf dem Feld. Ronin sind blau. Frankfurt Syndicate in Deutschland Farbe. Die Seiten haben getauscht. Game is on. Und die Ronins verlieren sofort zwei Spieler, drei Spieler. Syndicate noch mit allen Spielern im laufenden Spielgeschehen. Snake ist besetzt von Syndicate Seite aus. Wenn der nächste Ronin-Spieler geht, das wird, glaube ich, nicht mehr lange dauern. Und das war letztlich schon das Spiel. Oh, das war nicht lang. Das war so, wie der nächste Meisterschafts-Aniktat aussehen muss. Neben Rammstein-Instinkt zeigt auch Frankfurt Syndicate langsam, wie Paintball auf internationalem Niveau aussehen muss. Deadbox Polonaise. Sehr schönes Wort. Punkt Syndicate. Punkt Syndicate. Führt. 3 zu 0, wenn ich es richtig sehe. Ja. So, weiter geht's mit Rammstein-Instinkt gegen Concilium Day. Kann Concilium Day den Arsch nochmal hochkriegen? Entschuldigung. Entschuldigung, den Hinten. Ähm. Stimmt. Arsch sagt man nicht, ja? Oh. Na, gar nicht. Etwas missglücktes Breakout. Boy. Concilium. Direkt aber einen Spieler verloren, aber auch Instinkt hat einen Spieler verloren. Concilium zieht vor ins M. Instinkt ebenfalls und Instinkt geht durch. Etwas chaotisch. So, und jetzt kommt Christoph Fischi-Wüterich. Springt durch die Mitte durch. Wow. Legender. Legender. Er ist einfach durchs M durchgesprungen. Die Schweizer Bergziege, hätte ich fast gesagt. Der Mann ist eine Schweizer Paintball-Legende. Bester Move des Tages, hat ihn aber auch nicht weitergebracht. Concilium sitzt noch hinten im Center. Instinkt kommt über die Tipi-Seite und die Mitte. Und das war's für Concilium. Damit müsste die Begegnung komplett an Instinkt gehen, die einen extrem aggressiven, extrem schönen Paintball gezeigt haben in dieser Begegnung. Wobei meine persönlichen Punkte gehen natürlich an Christoph Fischi-Wüterich. Für den Bergziegensprung. Für den Bergziegensprung durch das Millennium M durch. Da zeigt sich jahrelange Paintball-Erfahrung und entsprechende geistige und körperliche Schmerzfreiheit. Wischi die Bergziege. Genau. So und damit sind letztendlich diese beiden Begegnungen auch vorbei. Denise, was haben wir als nächste Begegnung? Entschuldigung. Nächste Begegnung. Nächster Block. Düsseldorf Reckless gegen Offenbach Kamenecha und Emstetten JE Factory gegen die Cologne Predators. So, dann sollten wir eigentlich mal ganz klar klären, wer für welche Teams ist. Oh, Reckless gegen Kamenecha, das ist gemein. Da warte ich mal den ersten Punkt ab, bevor ich mich da festlege. Also ich würde mich ganz gern festlegen auf Offenbach. Ich finde, Offenbach ist eine wunderschöne hessische Großstadt südlich des Mainz. Eine schöne multikulturelle Stadt in Hessen. Gut, dann bin ich definitiv für Reckless. Reckless habe ich gehört. Also Düsseldorf ist ja eher das Gegenteil von Offenbach, zumindest imagemäßig. Hätte ich Ahnung von Fußball, würde ich das jetzt natürlich anführen. Aber wird schwierig. Ja, wir sind immer im Paintball. Beziehungsweise im Städtevergleich, wie gesagt, das versnobbte Düsseldorf gegen das Grundehrliche, multikulturelle Bad Offenbach. Die sieht gar nichts. Viel zu viele Haare. Gerade, wo man in Offenbach an jeder Ecke mediterran essen kann. Ja, was sagt denn der Chat? Wer macht's denn? Kamenecha, Reckless? Kamenecha, uh, nochmal Kamenecha, nochmal Kamenecha, uh, 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 uh. Also, ah, okay. Da kommt auch Oli wie man der erste Reckless-Fan. An dieser Stelle möchte ich übrigens noch mal ein ganz großes Dankeschön an den Sponsor Joggingpoint.de aussprechen. Die Hoodies sind super, leider aber für die aktuellen Temperaturen ein bisschen zu dünn. Insofern vielen Dank, dass ihr von außerhalb der Paintball-Szene eure Kosten und Mühen hier reingebt in diesen Extremsport. Wir werden uns natürlich bemühen. So, Hallihallo. Hier bin ich wieder, die Karin, für euch am Start mit dem nächsten Interview. Ich habe hier zwei Spieler von Fatality, die Aufsteiger aus der zweiten Bundesliga. Dieses Jahr auch zum ersten Mal jetzt in der ersten Bundesliga vertreten. Zu rechten habe ich den Michael, zu linken habe ich den Joey. Michael, sag mal, wie geht's euch jetzt in der ersten Bundesliga? Gut, wie gesagt, wir haben heute einige Probleme mit Strafen gehabt am Anfang. Haben uns dadurch auch gerade eben gegen die Hölkens das Spiel kaputt gemacht. Vier oder fünf One-For-Ons bekommen. Da wissen wir es einfach wo dran mal ansetzen müssen. Wir haben jetzt noch Prager oder ein CD vor uns. Das wären definitiv zwei starke Begegnungen, zwei harte Kämpfe. Aber wir werden definitiv jetzt Gas geben und versuchen unsere Fehler aus den ersten beiden Spielen gut zu machen. Erster Punkt gegen Instinkt war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Instinkt war sehr aggressiv, hat sich heute auch zu Recht bisher ungeschlagen durchgesetzt. Aber wie gesagt, unser Ziel ist diese Saison definitiv Erfahrung zu sammeln. Klassenerhalt, erste Bundesliga ist halt doch schon im Vergleich zur zweiten eine ganz andere Welt. Also wenn man da irgendwo einen Fehler macht, die Jungs gehen direkt durch. Vier von fünf Bällen treffen, also das ist definitiv krasse Scheiße. Da muss man sich erst mal dran gewöhnen. Aber wir werden definitiv jetzt an uns arbeiten, Vollgas voraus und dann sehen wir wo wir landen. Genau und Michael, du bist eigentlich der lebende Beweis. Du spielst ja nicht nur Paintball, sondern du machst ja auch noch andere Sportarten. Was machst du denn noch so? Gut, ich gehe tauchen. Da ist auf jeden Fall noch eine Sportart von mir und mache seitdem ich 16 bin auch Kampfsport. Habe verschiedene Systeme ausprobiert, mit Jujutsu angefangen. War mir dann irgendwann zu sportlich, weil es einfach uneffektiv ist. Und bin dann zu Milna Gadot gekommen. Da ist das Gegensystem von Graf Mager, was in Deutschland auf verschiedenen Standorten, gerade im Bereich Saarland, Rheinland-Pfalz gelehrt wird. Und das ist auch wirklich ein System, was effektiv ist auf der Straße. Was jetzt keine Techniken vermittelt, die schön aussehen, sondern was dann wie Graf Mager auch effektiv ist. Das muss einfach so zu sagen. Okay. Und bringt dir das irgendwas auch in Bezug auf Painball, also von der körperlichen Fitness her? Oder was würdest du sagen, ist anstrengender? Gut, also Milna Gadot ist halt aus dem Grund anstrengend. Man hat halt einige Leute drin, die auch Parcours machen. Und die beanspruchen halt einige Muskelpartien, die man als Normalsterblicher so überhaupt nicht kennt. Man weiß nicht, ob man die hat. Und da gibt es halt schon einige Übungen, gerade im Aufwärmbereich, die doch schon dazu führen, dass man drei Tage danach kriecht. Also so gesehen bringt es, was die Fitness und so weiter angeht, schon etwas. Ich muss aber auch dazu sagen, seitdem ich 16 bin, ich noch nie irgendein System einsetzen musste. Und da bin ich auch ehrlich gesagt froh drum. Okay. Ja, vielen Dank, Michael. Und Joey, du möchtest noch deine Mutter grüßen? Kannst du jetzt hier an der Stelle gerne machen. Let's go. Hi, I just want to give a shout out to all my family watching back in the States. Hey Mom, happy Mother's Day. Thank you. I love you very much. Happy Mother's Day. And I want to say hi to my sisters Tabitha and Christy watching back home and my fiance Annalisa. I love all y'all and thanks for being up late watching. See you at the wedding. Wedding? Yes, I'm getting married November 10th. So, everyone's welcome. Come on, come to Texas. Big wedding. Wedding question. So, thank you very much for this interview. Okay, thanks. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Reckless ist jetzt schon nur noch zu zweit und Coming Edge ja in den center, in den 50 Dorito angekommen. Der nächste Reckless-Spieler ist markiert, müsste nur noch ein Reckless. Der letzte, der übrig ist, hat keinen Hopper mehr auf der Gun und ist auch markiert. Er ist schon sehr ungünstig gelaufen für den Reckless-Spieler. Im entscheidenden Moment den Hopper verloren. Das heißt, er hat noch probiert manuell einen Pott über den sogenannten Feed zu halten, aber das reicht natürlich nicht. Und gerade in einer so kritischen Situation reißt man dann nichts mehr für sein Team. So, der Marshall sagt, der Spieler war sauber von Coming Edge ja. Damit geht der erste Punkt nach Offenbach. So, nächste Begegnung in der scheinbar beliebtesten Farbe im deutschen Paintball, nämlich in rot-schwarz. Da haben wir wieder zwei Teams. Wir haben einmal das Traditionsteam aus Köln, die Cologne Predators, gegen JE Victory. Preds sind das Team, falls ihr sie nicht kennt, mit den weißen Schulterblättern. So, 10 seconds sind angezählt. Game on! JE hat direkt einen Spieler beim Break verloren, aber auch die Preds verlieren einen Spieler. Verlieren einen zweiten Spieler. Ziehen aber dafür in die Snake nach. Verlieren einen dritten Spieler. Und auch JE hat einen weiteren Spieler verloren. Und da gibt's eine Action in der Mitte an der Snake. Der Spieler von JE Factory holt sich den Spieler, der Cologne Preds, der in der Snake lag. Ganz gemütlich wird zum Buzzer geschlendert von JE Factory. Die Spielzeit läuft langsam runter. Der Lauf nochmal geputzt worden. Und da wird der Buzzer gedrückt. Und der Punkt ging an JE Factory. So, Düsseldorf Reckless angeführt von einer weiteren Paintball Legende. Das ist quasi der größte Zwergenteam von Reckless. Gut zu erkennen. Gehen an ihre Base. Auf der Gegenseite das in dieser Partie führende Team. Offenbach coming at ya. Game on! Reckless verliert einen Spieler, verliert zwei Spieler. Und auch coming at ya verliert einen wichtigen Spieler. Verliert einen weiteren Spieler. Es sind drei Spieler markiert bei et ya. Während Butch Bolz solide mit seinen zwei verbliebenen Mitspielern im Center steht. Und da geht der nächste Spieler bei et ya. Und Reckless auf dem Weg zum Buzzer. So, der Marshall kontrolliert noch ein letztes Mal, ob der Spieler wirklich unmarkiert war, der den Buzzer gedrückt hat. Und gibt ihn sozusagen frei. Das heißt, er war sauber. Das heißt, der Punkt zählt. Und damit macht Düsseldorf Reckless den Ausgleich zum 1 zu 1. So, er geht sofort weiter. J.E. Factory gegen Cologne Pretz. J.E. mit einem Punkt in Führung. J.E. startet souverän direkt bis ins M durch. Verliert jetzt einen Spieler aus der großen Tonne. Der Spieler im M sitzt aber immer noch. Cologne Pretz haben direkt auch einen Spieler im M. Der jetzt durch die Mitte durchgeht. Und seinen Spiegel den anderen M-Spieler von J.E. Factory mit rausnimmt. Weiterer Spieler von Cologne Pretz ist gegangen. шь? pea her, bei einer anderen Seite. J.E. hat jetzt den Winkel noch mal ein bisschen erweitert, ist rüber in den hinteren Cover gegangen, hat aber dafür den Snake-Spieler einbüßen müssen. Und da kommen die Pretz über die Snake, Agro-Köln-Action. Und die letzten Spieler von J.E.Factory werden von den Köln-Pretz markiert. Der Spieler von den Köln-Pretz auf den Weg zum Buzzer. Und der Punkt geht an die Köln-Pretz, damit steht es in dieser Begegnung unentschieden. Seitenwechsel bei Kamenetzer gegen Reckless, wo es auch 1 zu 1 steht bislang. So, 10 Seconds sind angezählt. Game on. Bei Etja geht der erste Spieler, während Reckless komplett in den Deckungen angekommen ist. Nein. Bei Reckless gehen 2, der Snake-Spieler ist nicht angekommen. Drei. Drei. Das sind nur noch zwei Spieler bei Reckless im Rennen, während Kamenetzer noch mit vier Spielern im laufenden Spiel geschehen ist. Kamenetzer kommt jetzt über die Snake und Butch ist auch raus. Kamenetzer kehrt den letzten verbliebenen Spieler von Düsseldorf Reckless aus seiner Deckung, drückt den Buzzer. klarer Punkt für das Thema Soffenbach. Holger, Holger, Koithia. So, dann schauen wir mal, wie es weitergeht bei der relativ offenen Partie. Ebenfalls Seitenwechsel. Cologne Pretz mit den weißen Schultern gegen J.E. Factory ganz in Schwarz-Rot. Ten Seconds sind angezählt, geht also gleich los. J.E. verliert beim Break direkt einen Spieler. Pretz verliert ebenfalls einen Spieler und da geht der zweite von den Pretz. Die Pretz sitzen jetzt momentan ziemlich mittig. Und ein weiterer von den Pretz muss gehen. Die Pretz also nur noch zu zweit. J.E. geht langsam vor, lässt sich aber definitiv Zeit. Beide Teams sitzen und warten. Wobei dies natürlich keinen wirklich weiter bringt. J.E. könnte eigentlich einen Sack zumachen. Er hat einen ganz klaren Spielvorteil. Die Pretz spielen auf Halten. spielen schön sozusagen Cross, machen beide Seiten zu. Beide Teams scheinen über ein gutes Paint-Sponsoring zu verfügen. J.E. holt sich auf jeden Fall gerade noch Info von der Seitenlinie. und spricht sich gut mit dem Coach ab. Lassen sich aber trotzdem beide Teams nicht zu Moves hinreißen. Und da rennt der Marshall. Hat er was gesehen, was sein Kollege nicht gesehen hat? Aber der Spieler scheint unmarkiert zu sein. So, aber jetzt passiert was. J.E. geht langsam vor. Da kommt wieder ein bisschen Bewegung ins Spiel. Jetzt kommt die Bewegung. J.E. hat Kraft, die müssen weiter vorgehen. Sind ganz klar in den besseren Positionen. Ganz klar im Vorteil. Und da hat das doch Klatsch gemacht. Auf dem Hopper. Dem Munitionsbehälter. Und auch der letzte Cologne-Pretzspieler wurde markiert. Zäher Punkt. Mit einem sehr schönen Ende. Die Sonne kam raus und J.E. hat gepusht. Wobei die Sonne immer noch nicht bei uns am Turm ankommt. Ich glaube das dauert auch noch. Aber zumindest ist sie auf dem Feld. Und auf der wunderschönen Naturtribüne. Das heißt, wer in der Nähe ist. Von Solms. Beziehungsweise Wetzlar, Gießen, Mittelhessen. Hier gibt es leckere Würstchen. Kalt-isotonische Getränke. Eine fantastische Naturtribüne. Und deutschen Paintball der Spitzenklasse. Wenn nicht sogar der europäischen Spitzenklasse. Aktuelles Spielgeschehen. Haben wir. Coming Etja aus Offenbach. Gegen Düsseldorf Reckles. Bayern im Punktestand. Von 2 zu 1. Für Coming Etja aus Offenbach. In 10 Sekunden geht das nächste Spiel los. Auf. 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 Und diesmal der erste, der das Spielfeld verlässt. War noch ein bisschen am rumweinen. Auf Reckles Seite. Und auch Frank. Von Düsseldorf Reckles, der auch sonst für die Ugly Ducklings spielt. International. Verlässt das Feld. Jetzt. Jetzt. Reckles sitzt jetzt gerade im Tipi 2 und auch in der Snake. Und der nächste Reckles-Spieler geht. Die nächsten 2 Reckles-Spieler gehen. Und da drüben geht auch noch einer. Genau. Hervorragend. Ich hör den Sven wieder bis hier drüben. Und der letzte Spieler von Reckles, der sich in der Snake verkrochen hat, wurde markiert. Damit geht Coming Etja souverän dem dritten Punkt entgegen. Wobei Coming Etja natürlich auch den Sideline-Coach schlechthin hat. Ich meine ganz ehrlich, welchen anderen Coach kann ich bis hier drüben hören? Glas klar. Sven Schmelzeisen muss der Name sein, oder? Ja, ich glaub schon. Aber er winkt nicht. Aber er guckt. Ah, er winkt. Sehr schön. Neben ihm ist übrigens die andere Coach-Legende, die hier ist. Ein gewisser Fight-Car aus Köln. Den kannst du von hier aus erkennen? Den kann ich erkennen. Ich seh die Haare auf den Ohren nicht, sonst wärs mir aufgefallen. Er hat seine Klocharm-Mützchen auf. Aber er muss jetzt erstmal seinen Jungs ein bisschen Dampf machen. Denn die liegen 2 zu 1 hinten. Und verlieren direkt einen Spieler. Aber auch JE hat einen Spieler verloren. Da geht der zweite von den Preds und der dritte hinterher für das One-For-One. Nur noch 2 Preds übrig. So, ansonsten gerade relativ wenig Bewegung. Ah, JE geht vor. Versucht es über die Snake. Stehend in der Snake. Mutig. Aber der letzte Preds versucht sich wacker zu halten. Wird nochmal gecheckt. Ist jetzt erst raus. Und da rennen die JE-Spieler zum Buzzer. Gedrückt. Ich lese gerade im Chat. Wir haben über 700 Zuschauer im Moment. Sehr schön. Hallo an alle 700. So, der Marshall gibt den Punkt an JE-Factory. Damit 3 zu 1 führen. In der Partie gegen Nicola und Preds. Gerade wird hier ganz kurz gefragt, wann Fatality das nächste Mal dran ist. Fatality spielt im nächsten Block gegen Breakout. Breakout den deutschen Meister, den Amtierenden. Ja, aber hier geht es erstmal weiter. Düsseldorf Reckles gegen Offenbach Coming-Edger. Beide Teams etwas schwierig auseinander zu halten. In ihren rot-schwarzen Dye-Bekleidungsstücken. Kameretja kann es jetzt zumachen. Ja, sollte der Punkt an Kameretja gehen, gewinnen sie die Partie. Während sich Düsseldorf Reckles jetzt ein bisschen anstrengen muss. Sie liegen nämlich 1 zu 3 hinten. So, 10 Sekunden sind angezählt. Game on. Fantastischer Breakout bei Coming-Edger. Der erste Spieler von Reckles ist auch schon markiert. Und auch da geht Butch Bolz von Reckles. Und auch der dritte Spieler von Reckles musste gehen. Da werden nur noch zwei Spieler bei Reckles im laufenden Spiel geschehen. Und das war's, so wie es aussieht. Wenn die sich jetzt noch gegenseitig rausschießen, das wäre natürlich der Move schlechthin. Tun sie aber nicht. Nein, nach einer kurzen Verwirrungspause hat Offenbach Kameretja realisiert, dass sie vier Spieler gegen null Spieler von Reckles stehen. Kurz zum Buzzer gerannt. Und der war markiert, der Spieler. Hui. Naja, die haben ja noch ein paar. One for one. Aber es sind ja immer noch welche übrig. So, was jetzt passiert war, der Spieler von Coming-Edger, der den Buzzer gedrückt hat, war scheinbar getroffen. Das heißt, er wurde aus dem Spielgeschehen genommen. Sein nächststehender Mitspieler ebenso. Das heißt, es war gut, dass Kameretja noch mit vier Spielern unmarkiert auf dem Feld war. So konnte einer der verbleibenden Spieler den Buzzer drücken. Der war unmarkiert. Der Punkt geht an Kameretja. Insofern geht auch die ganze Partie an Kameretja. Die verdient 4 zu 1 gegen Düsseldorf Reckles diese Partie für sich entscheiden konnten. So, es geht weiter. JE-Factory gegen Cologne-Pretz. Auch hier hat JE die Chance, den Sack zuzumachen. Oder aber die Pretz sollten sich ein bisschen am Riemen reißen, um ihre Chancen auf dem Partiegewinn wiederherzustellen. Game on! Die Pretz verlieren den ersten Spieler. Aber der Marshall hat bei JE auch einen rausgenommen. Da kommt der Marshall ein weiteres Mal, um einen Pretzspieler zu checken, während JE das Tippi auf den Fifties nachbesetzt. JE verliert einen weiteren Spieler. Ein weiterer Pretzspieler muss gehen. Oh, wow, wow. Wer braucht auch schon Deckung? Nur weil die auf dem Feld stehen, muss die niemand benutzen. Nach dieser kurzen herrlichen Einlage an Extra-Bällen laufen die Spieler von JE-Factory zum Buzzer, drücken ihn letztes Mal und damit geht die Partie an JE-Factory. Ach so, ja, Block zu Ende, also Werbung, oder? Ja, bevor diese einsetzt, weisen wir nochmal darauf hin. Nächstes Spiel amtierender deutscher Meister Breakout aus Spahr gegen Fatality aus Koblenz, gefolgt von St. Pauli Mayhem gegen die Ronins aus Hagenau. Wer sich vielleicht wundert, warum die Namen Hagenau und Spahr hier auftauchen, das ist so, in der deutschen Paintball-Bundesliga haben wir natürlich auch Teams dabei, die aus dem deutschlandnahen Grenzgebiet kommen, beziehungsweise aus dem umgrenzenden Ausland, die sich ganz klar hier auf allerhöchstem Spielniveau auf die europäische Paintball-Liga vorbereiten, die sogenannte Millennium-Serie, die das Jahr durch Europa tourt. Das nächste Event dieser Tour wird in Bitburg in zwei Wochen sein, vom 25. bis zum 27. Mai. Dort werden alle namhaften Teams dieser Erde sozusagen vertreten sein. Wir haben Teams aus den USA, aus Russland, aus Südafrika, aus Asien, die in den verschiedensten Spielklassen um den Meistertitel Millennium Series Max Masters in Bitburg kämpfen und gleichzeitig bei diesem zweiten Event der Millennium-Serie um wertvolle Punkte für den Gesamtsieg der Serie. Solltet ihr einmal auf den Gedanken kommen, selber in die Paintball-Turnierluft reinzuschnuppern, empfehle ich an dieser Stelle, geht mal auf die Homepage der Deutschen Paintball-Liga, dpl-online.de. Dort kann man sich sehr, sehr gut informieren, was für Spielformate es gibt. Das heißt, es gibt Drei-Mann-Ligen, es gibt Fünf-Mann-Ligen. Und wenn ihr neu seid in dem Sport, schnuppert doch einfach mal auf einem Drei-Mann-Turnier rein, nehmt euch eure drei besten Freunde, vier Kumpels, wie auch immer. Meldet euch an, das kostet relativ wenig Geld und ihr startet auf einem überschaubaren Spielniveau und könnt unter sehr, sehr guten Voraussetzungen auf Top-Feldern deutschlandweit Turnierluft schnuppern. Wenn ihr dann der Meinung seid, das reicht euch noch nicht, surft euch noch ein paar mehr Kumpels dazu, macht euer eigenes Fünf-Mann-Team, redet mit eurem Händler vor Ort, ob er vielleicht bereit ist, euch in irgendeiner Form zu supporten und startet direkt durch in den nächsthöheren Spielniveaus, in das sogenannte Fünf-Mann, um dann garantiert in irgendeiner Bezirksliga zu starten. Und je nachdem, wie sehr euch das Spaß macht, und ich bin sicher, das bringt es, arbeitet euren Weg hoch bis eben, wenn ihr es schafft, ganz oben in die deutsche Paintball-Bundesliga. Hier und heute eben die erste deutsche Paintball-Bundesliga. Ähnlich wie in anderen Ligen haben wir zwei Absteiger und zwei Aufsteiger. Aufsteiger dieses Jahr waren die, oder sind von 2011 auf 2012, die Hurricanes aus Köln und Fatality aus St. Pauli-Main. So, die Teams sind wieder aufs Feld gegangen, lassen sich von den DPL-Marshals ihre Markierer überprüfen, ob die regelkonform schießen. Das ist ganz wichtig, denn natürlich darf sich keiner irgendwelche Vorteile verschaffen, wenn der Markierer nicht so eingestellt wird, wie es den deutschen Regeln entspricht. Das überprüfen die Schiedsrichter, die dafür auch speziell geschult sind, die einen sehr guten Blick haben, die eben nicht nur teilweise die deutsche Paintball-Liga marscheln, sondern eben auch international die Millennium-Serie. Das höchste Niveau. Hallo Max Lundquist. Einer der Stars, internationalen Stars, der für Coming-at ja spielt. Ja, die Marshals sind eben noch am Checken. Solltet ihr sagen, okay, das würde euch interessieren, was muss ich tun, um ein Schiedsrichter zu werden, um vielleicht sogar europaweit die Turniere abzubesuchen, um dort zu arbeiten, um dort als Schiedsrichter mit teilzuhaben, informiert euch auch. dpl-online.de beziehungsweise direkt bei ulrich-at-millennium-series.com Dort kann man Informationen bekommen, wo es sogenannte Marshall-Kurse gibt, Schiedsrichterkurse, um eben das nötige Fachwissen zu erlangen, um dann für sehr viel Geld für die deutsche Paintball-Liga oder aber auch die Millennium-Serie arbeiten zu dürfen. Richtig ausgebildete Marshals sind übrigens die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Paintball-Turnier. Mein Investor selbst, hier ist sehr viel Bewegung, es sind sehr viele Bälle in der Luft, es gibt die ein oder andere schnelle Aktion. Das heißt, jeder, der hier seinen Job als Schiedsrichter tut, muss dementsprechend gut ausgebildet sein, um frühzeitig zu wissen und zu erkennen, was los ist. Und man muss sagen, es ist insofern auch ein echt harter und eigentlich auch sehr undankbarer Job, deshalb ja auch gut bezahlt, weil man ständig im Kreuzfeuer ist, weil man ständig Gefahr läuft, eventuell eine Kugel abzubekommen. Klar ist, dass man hier bei der ersten Bundesliga, jeder, der hier spielt als Spieler, weiß, wo er hinschießt. Aber gerade in den unteren Ligen ist es natürlich so, dass es den einen oder anderen verwirrten Ball gibt, der auch mal einen Schiedsrichter trifft. Deshalb Hut ab an die Marshalls, die hier für einen reibungslosen Spielablauf sorgen. Das sind die eigentlichen Helden letztendlich der Serie. Und ob eine Turnierserie gut ist oder ob ein Paintball-Turnier gut ist, erkennt man eigentlich letztlich daran, dass man gute Schiedsrichter, gute ausgebildete, souveräne Schiedsrichter haben, die für ganz klare Verhältnisse sorgen. So, in 30 Sekunden geht's los. Der amtierende deutsche Meister Breakout aus Spahr gegen Fatality aus Koblenz. Ich bin für Fatality. Ich bin ganz klar für Breakout aus Spahr. Nein, ich bin für die Aufsteiger. Ganz klar. Breakout hat letzte Saison nur zwei Punkte abgegeben. Ich sehe zwei Begegnungen abgegeben, sorry. Die werden auch dieses Jahr nichts anbrennen lassen. Breakout verliert den ersten Spieler. Fatality hat keinen Spieler verloren. Mit allen fünf Save in den Deckungen angekommen. Und auch da geht ganz klar markiert der nächste Spieler vom Breakout. Fatality hat versucht ins M vorzukommen, hat's leider nicht geschafft. Dafür der Move in die Snake hat funktioniert. Bei Breakout geht ein weiterer Spieler. Nur noch zwei Spieler bei Breakout drinnen. Fatality verliert leider gerade aufgrund von Strafen auch einige Leute. Breakout sucht den letzten Fatality-Spieler. Hat ihn jetzt gefunden, markiert und ist auf dem Weg zum Buzzer. Nach einer kurzen Verwirrung hat man hier gesehen, dass es schon einen Unterschied gibt zwischen einem Team wie Breakout, das jahrelang international oben mitspielt, das letztes Jahr Deutscher Meister geworden ist, und einem jungen aufstrebenden Team wie Fatality aus Koblenz, die relativ respektlos gestartet sind. Dann aber, obwohl sie nur noch gegen zwei Spieler vom Breakout gespielt haben, letztendlich keinen Stich gemacht haben, weil die internationale Spielerfahrung, die jahrelange vom Breakout, sind einfach cool geblieben und haben dann letztendlich dafür gesorgt, den Sack zuzumachen. So, wir haben jetzt die Ronins aus Hagenau gegen St. Pauli Mayhem. Die Ronins starten in blau und St. Pauli Mayhem, die sich noch ganz kurz abklatschen, starten von uns aus gesehen links in den Olivenen Jerseys. Game on! Und die Ronins verlieren direkt beim Break einen wertvollen Spieler. Mayhem mit allen fünf Spielern safe angekommen, direkt vor bis ins TP2. Backcenter ist besetzt, der Tempel ist besetzt, die Tonne und der rechte Cover. Da geht der nächste Ronins Spieler. Aber auch bei St. Pauli Mayhem wurde ein Spieler am Hopper markiert. Er hat einfach zu weit aus der Deckung geguckt und zack war er getroffen. Ronins jetzt in der Snake. Den will Mayhem dabei nicht sitzen lassen. Aggressiv durch die Mitte. Und es gibt noch einen weiten Strafe. Dabei bleibt nur noch ein Spieler bei den Ronins. Und der Marshall hatte einen verdammt weiten Weg, sich den Spieler von den Ronins zu holen. Ronins jetzt raus. Und da läuft Long von Mayhem zum Buzzer. Lässt sich den Fame nicht nehmen. Und der Punkt geht an St. Pauli Mayhem, die einen sehr schönen Ball gezeigt haben. Die nach einem gelungenen Breakout, bei dem sie einen Ronins Spieler markiert haben, schön weiter gemoved sind in die nächsten Deckungen. Und dann letztendlich durch schön aggressives Spiel den Sack zugemacht haben. So, nächste Partie, beziehungsweise nächstes Spiel ist Breakout Spar, die mit einem Punkt gegen Fatality Koblenz führen in diesem Block. Und der nächste Block wird sein Cologne Hurricanes gegen Concealedum Day Zürich, beziehungsweise Frankfurt Syndicate gegen Coming Edge aus Offenbach. Und danach wird es die Mittagspause geben. Aber zurück ins laufende Spielgeschehen. Die Spieler von Breakout Spar sind schon an der Base, ebenso Fatality. Zehn Sekunden sind angezählt und gleich geht es los. Game one! Breakout verliert einen Spieler und kassiert sofort ein One for One dafür. Die Breakout hat drei Spieler verloren bislang. Fertality spielt schön respektlos, keine Angst vor dem deutschen Meister. Breakout jetzt in der Snake und im Tipi-Cover. Und der Fatality-Spieler rennt durch, holt sich den Snake-Spieler und holt sich auch den Cover-Spieler. Respekt! Respekt vor Fatality Koblenz. Die haben überhaupt keinen Respekt gezeigt. Einen schönen, schnellen Paintball gezeigt. Drücken, den Buzzer hoffentlich unmarkiert. Ja, der eine scheint sich nicht ganz sicher zu sein. Der Marshall schaut kurz nach. Ein letzter kritischer Blick, der Spieler ist sauber, der Punkt geht an Fertality Koblenz. Damit unentschieden. 1 zu 1. So, weiter geht es. St. Pauli-Mail gegen die Ronins. St. Pauli führt mit 1 zu 0. St. Pauli! St. Pauli auf! Kommen auf! Dann verlässt der erste Ronin-Spieler das Feld und der zweite geht hinterher. Drei Spieler bei den Ronins markiert, Mayhem noch vollzählig, so wie es aussieht. Long geht vor ins M und hier auf der Tipi-Seite sind wir auch schon auf der gegnerischen Seite angekommen. Da gehen die letzten Ronins vom Feld und wieder Long, der zum Buzzer läuft. Eine klasse Vorstellung von St. Pauli Mayhem. Dann gibt es einen Seitenwechsel in der Partie zwischen Fatality-Coblenz und Breakout-Spa. Gämon! Gämon! Fatality verliert direkt einen Spieler, gar nicht erst in seiner Deckung angekommen. Weiterer verteilt die Spieler geht. Breakout dreht jetzt richtig auf. Hat das M in der Mitte besetzt. Und der M-Spieler aus der Mitte von Breakout muss gehen, ist markiert. Aber auch bei Fatality wurde ein weiterer Spieler markiert. Breakout geht über die Snake vor. Und da waren ein paar Bälle mehr in der Luft als unbedingt nötig. Ist noch ein Spieler übrig? Ja, der letzte Spieler vom Breakout auf dem Weg zum Buzzer. Hier an der Seite kurz vor dem Moderatoren-Turm gab es gerade eine sehr schöne schnelle Situation, in der auch auf kurze Distanz geschossen wurde. Falls ihr das im Stream gesehen habt, das spürt man natürlich als Spieler. Aber letztendlich tut das nicht großartig weh. Weiter geht es. Ronins in blau gegen St. Pauli Mayhem in den grünen Olivenen-Jerseys. So, weiter geht es. Mayhem gegen Ronins. Ronins verlieren direkt einen Spieler. Malin verliert auch einen Spieler. Malin verliert, aber ansonsten noch ziemlich gut in den Deck. Und einer weniger bei den Ronins. Mayhem läuft über die Snake-Seite durch. Mutig, aber definitiv von Erfolg gekrönt. Nur noch ein Ronin im Tipi hier hinten. Oh, 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 oh. Der sieht den gar nicht. Doch, doch. Und da kommt schon ein Spieler von St. Pauli Mayhem und markiert den letzten Spieler. Aber bei der Aktion konnte man gerade ganz deutlich sehen, warum es eben ein richtig harter Job ist, hier als DPL-Marshall auf dem Feld zu stehen. Der Marshall stand letztendlich zwischen dem letzten Ronin-Spieler und dem vormovenden Spieler von St. Pauli Mayhem, der als einziges Ziel den Ronin-Spieler gesehen hat. Anfing zu schießen und der Marshall dies erst mitbekam, als die Bälle auf ihm einschlugen. Das kann leider passieren. Paintball ist ein schneller Sport und deshalb nochmal Hut ab an die Marshalls, die hier letztendlich auch viele Treffer abgeben, abbekommen, ohne selbst letztendlich mitzuspielen. So, jetzt aber Husch. Ten seconds. Noch nicht alle an der Base. Auf dem sonnigen Spielfeld der Draxus Arena in Solms. Game on! Breakout ist schon ein bisschen in die 50 durchgelaufen. Fatality verliert zwei Spiele. Ganz wichtiger Move für Breakout, direkt in die Mitte zu kommen, in der Snack Tower genannt, wo axel knauf gerade steht hat er insgesamt zwei spieler von dort aus markiert einen dritten spieler deshalb wichtigste position direkt in die mitte durchkommen in das millennium mit dem fall in den snake tower drei spieler rausgenommen sehr spielentscheidend und schön relaxed wird jetzt zum buzzer geschlendert ich habe gerade probiert was zu trinken irgendwie das war der fehler geht an breakout weiter geht es ronins gegen st paulie mehen bevor wir dann den nächsten block haben quadern hurricanes gegen frankfurt syndicate und nach dem nächsten block haben wir dann auch die mittagspause und danach hoffentlich auch sonne am kommentatoren turm die sonne scheint schon auf dem hauptspielfeld und auch auf der naturtribüne alle spieler sind selbst in entdeckung angekommen so wie es aussieht wobei sein pauli die ersten zwei spieler verliert einen durch treffer und einen durch ein one for one aber da muss der nächste spieler von st paulie gehen deutlicher vorteil für die ronins die jetzt in der deckung nachziehen ja man muss sich auf dem feld stehen um getroffen zu werden wo kam der denn her so ganz klar punkt für die ronins wir sind gelb ja sind auch markiert so der punkt gegen marsch jetzt geben den punkt frei geht an die ronins so in zehn sekunden geht es weiter game on schöner break out von fatality direkt bis ins m alles safe angekommen und dort gibt es spielstrafen gegen fatality und break out läuft durch axel knauf ist es wieder der hier durch die mitte durchgeht und läuft der spieler von break out zum buzzer wird von marshall wieder mal gecheckt ob auch alles sauber ist der spieler ist unmarkiert und damit punkt break out aber So weiter geht's, Mayhem gegen die Ronins, Ronins in blau, Mayhem in olivgrün. Mayhem verliert den ersten Spieler, Ronins ebenso. Da geht der nächste Spieler bei Mayhem, Ronins rennen durch bis in das Millenium M. Mein Versuch in die Snake zu kommen, wird der Mayhem-Spieler markiert. Ronin ist schon weit vorne in der Snake und das scheint es gewesen zu sein. Mal schauen, ob die Ronins den Baza diesmal unmarkiert finden. Ja, diesmal war der Ronins-Spieler unmarkiert, deshalb bekommen sie den Punkt. Das ist aufgeschrieben. So, Breakout-Spa ist ausgegangen. 4 zu 1. Fatality steht zwar noch mal auf dem Feld und wird gern noch mal. Muss aber leider feststellen, dass sie raus sind aus der Partie. Breakout-Spa hat 4 zu 1 gewonnen. Die Marshalls machen vor dem letzten Block vor der Mittagspause noch kurz alle Deckungen sauber. Auch das extrem wichtig, um zu verhindern, dass Spieler direkt von den Deckungen an ihre Jerseys bekommen, die dann fälschlicherweise für Treffer gehalten werden können. An dieser Stelle auch noch mal an die Zuschauer hier vor Ort, die auf der sonnigen Haupttribüne sitzen in der Mittagspause. Und auch jetzt schon gibt es köstliche Würstchen, leckere Steaks von dem Feldbetreiber, der Traxxus Arena, der Firma Max Sport, hier in Solms, zu echt kleinen, schmalen Talern. Kühle Getränke ebenso. Solltet ihr also in der Gegend sein oder der Meinung sein, Muttertag ist für euch zumindest vorbei, weil Mutti schon die Blumen bekommen hat und sich darüber sehr gefreut hat. Und er sagt, okay, heute Nachmittag will ich nochmal in die Sonne frische Luft und ein bisschen Paintball frische Luft wittern, schnuppern, wie auch immer. Ja, macht euch auf den Weg nach Solms-Alpshausen. Zuschauen ist kostenlos und leckere Getränke, warme Würstchen gibt es für kleines Geld. So, weiter geht es hier. Ronins aus Hagenau gegen St. Pauli Mayhem. Ronins zu erkennen an ihren blauen Jerseys, St. Pauli Mayhem in den grünen Jerseys. 10 seconds nicht angezählt. und game on so der erste san paul im spieler verlässt das feld ironien sind noch komplett da bewegt sich der marschel für einen check am center cake nimmt den spieler aus der war markiert ohnehin weiterhin mit allen spielern ein falsch verlieren den ersten spieler klarer masken treffer haben allerdings die snake besetzt haben das ende setzt und laufen jetzt über die snake durch das war es für den letzten spieler der sich echt gut gehalten hat spieler sauber punkt für die rollins okay ich höre drei minuten sechs ist noch rest spielzeit übrig es steht spannende 3 zu 3 also eine sehr ausgegangen partie zwischen san paul imeheim und den ronins hagenau in der minute 50 naja minute 20 eigentlich sollte es weitergehen und dann schauen wir mal wer diese ausgeglichene begegung letztlich für sich entscheidet sonne ja die sonne kommt aus zumindest ja raus zum moderatoren damit steigen die temperaturen mal spontan um weitere 5 grad ok wir kriegen netten besuch anja die uns eine fiese ok die fußball em oder wm hat paul die krake wir haben fussel die schnecke ok hallo fussel die schnecke muss ich aber ganz ehrlich sagen wirkt ein bisschen gelangweilt ich glaube die schnecke ist alles zu schnell wir haben ja auch schon ein bisschen netter als die schnecke bedenken drüber nach ja björn schleim wie die schnecke wäre passender gewesen schmecken übrigens super lecker mit ein bisschen kräuterbutter soll ich sie zurückholen nein die ist hier unter naturschutz weil ich mit der schnecke beschäftigt also mit der echten steckern ja wie auch immer schauen wir mal auf die sonnige draxus arena zehn sekunden letzter punkt bislang unentschieden die ersten zwei mails spieler müssen gehen aber auch ein spieler geht beide beim break markiert einer der ronins spieler ist raus die komplette snake seite letztlich offen weiß an pauli das heißt die ronins müssten jetzt eigentlich in die snake nachlegen da geht ein weiterer spieler von san pauli und noch einer und damit bleibt nur noch einer übrig der jetzt auch markiert ist das heißt sollte der spieler von den ronins sauber sein der jetzt den buzzer drückt und es keine strafe geben müsste die partie an die ronins gehen verdienter punkt für die ronins und damit spiel gewinnen schade für mayhem aber der punkt war definitiv verdient ja was haben wir vor der mittagspause im nächsten block an begegnungen wir haben die kolonne hurricanes als aufsteiger gegen das traditionsteam concilium day aus zürich und danach ein spiel auf das sicherlich alle wartet frankfurt syndicate gegen offenbach coming et ya was sagst du dazu denis willst du wissen für wen ich bin ja coming et ya klaus trifft sich gut also mein Sven ich kann dich sehen in dem fall schlägt mein herz ganz klar für die jungs rund um patrick frobel von frankfurt syndicate ich bin für die für die jungs von sven und kiki das passt schon frankfurt syndicate im letzten jahr ganz knapp nur deutscher vizemeister so an die andere begegnung hurricanes gegen concilium also trotz der schoki nochmal vielen dank lieber vischi ich bin leider für die hurricanes auch das trifft sich gut denn concilium day ist in der begegnung mein favorit ja da gewinne ich ja beide blöcke meines ganz klar ein land das nicht nur so tolle schokolade sondern eben auch ein käsefondue hervorgebracht hat gegen ein team das aus einer stadt kommt in der ein ein bier sehr dünnflüssig schmecken kann aber keine kopfschmerzen macht das war wohl ganz klar wo da meine präferenzen hingehen so schoki gerade gesehen die beiden die familie weitmann zieht in die concilium box ein es gibt natürlich noch mal zumindest so einen kleinen sympathie punkt okay sagt doch was zur familie weitmann wer ist das wen meinst du da konkret dave und chrissy körpergröße liegt bei beiden ungefähr bei 1,50 würde ich sagen zusammen ja hat nicht dave früher bei san pauli gespielt oder war es bei reckless dave hat bei reckless gespielt dave hat aber auch bei vielen anderen glaube ich gespielt das ist so ein bisschen wie bei long das heißt dave weitmann von concilium day ist zum beispiel ein klasse beispiel dafür dass wenn man sich einmal im paintball etabliert hat einmal feststellt ja das war's gibt es ja ähnlich wie in anderen profi vorsparten profisportarten transfers wahrscheinlich nicht ganz so millionenschwer aber es gibt transfers das heißt spieler letztendlich auch wenn man hier untereinander immer mal wieder auf dem feld gegeneinander spielt aufeinander schießt sogar paintball letztendlich ist es ein sport und da wechselt man auch durchaus die teams und ist dann sozusagen in einer neuen gang ja nachdem wir uns hier eben schon über sonne gefreut haben hat sich das auch gerade kurzfristig erledigt aber die wolke ist gleich vorbei das heißt pünktlich zur mittagspause werden wir spätestens zu leckeren gegrillten würstchen zur leckeren steaks und einer apfelsaftschorle werden wir auf jeden fall sonne haben disco mike im chat ich hoffe erholt von den strapazen gestern was sehen denn die zuschauer wo sind denn eure favoriten für die nächsten zwei begegnungen hurricanes oder cd syndicate oder etia sehr viele syndicate fans da draußen sehr viele cd fans da draußen das war mir vollkommen klar man kann es kaum so schnell nachlesen wie es kommt da hier kamen etia ich lese nur die die ja genau rebirth richtig ja fängt ja gut an bei deinem favorit bei cd bei cd ich weiß nicht ob ich es hören kann wird vermutlich eine ersatz gun gebraucht der luftschlauch am markierer ist aus der fassung gegangen ist ein bisschen schlecht weil pusten wird nicht funktionieren so die marshals wieder fleißig am nachkontrollieren mit den radargeräten dass die schussgeschwindigkeit stimmt bei den teilnehmenden teams dass sich keiner irgendwelche vorteile verschafft hurricanes sind schon fertig und stehen schon an der base ja die hurricanes könnts nicht erwarten die sind hungrig die sind hungrig als aufsteiger ist man immer hungrig als moderator auch kann ich vielleicht gerade mal ein kurzes feedback von den zuschauern da draußen bekommen wieviel zuschauer im live stream sind offline also wir sind werbung ja 780 also wir werden gehört wir können ja also wenn wir gleich wieder ok wir sind doch ihr hört uns peinlich wir denken ihr hört uns nicht ja wenn ihr uns gerade hört wobei wir dachten ihr hört uns nicht gibt es irgendwelche interviewpartner die ihr gerne mit der karin zusammen vor der kamera sehen würdet also nur zu einem interview nichts anderes den wischi der disco ist nicht da obama ist übrigens auch nicht da ja herr wrobel sollten wir hinbekommen long sollte ja wohl auch machbar sein die merkel was soll denn die merkel erzählen können dass paintball ein sport ist das hat sie sicherlich vor 2-3 jahren mitbekommen da erinnern wir uns an eine saison da ging es irgendwie darum nach sehr traurigen ereignissen den paintball sport neu zu diskutieren bundesweit und das ging ganz konkret um ein verbot desselbigen und gerade die deutsche paintball liga hat gezeigt durch sehr gute öffentlichkeitsarbeit was paintball ausmacht nämlich eben das sporterlebnis mit freunden klar hat jeder markierer jeder spieler einen markiere eine paintball pistole in der hand aber letztendlich geht es darum mit freunden dann sportlich spaß zu haben wobei man sich ähnlich wie beim fechten oder boxen markiert sieht auf den ersten blick martialisch aus aber letztendlich ist es ein bunter farbball der nicht besonders weh tut wenn er auf jemanden trifft so auf dem spielfeld Concilium Day Vigic gibt ein paar letzte instruktionen die hurricanes sind noch relativ tiefenentspannt der schiedsrichter wird in zehn sekunden das spiel anzählen also auf die hurricanes 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 kommen alle an Hurricanes haben sogar das Millenium M in der Mitte schon besetzt CD ist ja eher verhalten gestartet erstmal probiert sicher in die Deckung zu kommen was ihnen auch gelungen ist weil der erste CD Spieler schon markiert worden ist ist raus und da kommt der Ranzu von Concilium und der Ranzu von Concilium hat auf jeden Fall gewirkt nur noch ein Spieler von Hurricanes drinnen beziehungsweise jetzt draußen So ist Concilium ganz richtig gesehen wo der Laufweg frei war durchgelaufen drei Spieler markiert und letztlich und sauber und dabei sauber geblieben und letztendlich das Spiel entschieden Punkt für Concilium verdienter Punkt So jetzt kommt die spannende Begegnung der zwei hessischen Großstädte die sich auf jeden Fall lieben Frankfurt Syndicate das Team zu dem ich jetzt natürlich ganz klar halte gegen Offenbach coming at ya Game on! Kamen Etcher verliert den ersten Spieler beziehungsweise zwei weil es direkt das One for One dafür gibt und der dritte und der vierte geht auch und Nummer fünf und Dirk Großmann einer der Topspieler von Frankfurt Syndicate macht den Sack zu phänomenale Zeit waren das 30 Sekunden überhaupt Spielzeit Denise? War Kamen Etcher überhaupt auf dem Feld? Ja warte warte die die kommen gleich die kommen gleich der erste war jetzt zum Warmwerden ja für Syndicate ja genau und jetzt werden sie übermütig und geben den nächsten Punkt definitiv ab nein das ist ganz klar wenn Syndicate aggressiv spielt schnell nach vorne pusht dann machen sie in der Regel auch 90% immer die Punkte ja die 10% gleich werden Kamen Etchers 10% so weiter geht es Cologne Hurricanes null Punkte bislang Concilium Day Zürich ein Punkt noch ist letztlich alles offen Schauen wir was der Aufsteiger aus der zweiten Deutschen Paintball Bundesliga macht gegen das Traditionsteam aus der Schweiz Game On Hurricanes mit einem sehr breiten Breakout verlieren aber direkt den Cover auf der Snake Seite sind natürlich auch wieder im M und werden jetzt von Concilium oh ziemlich überrannt Und auch da gab es wieder einen Randthrow durch die Mitte da hat wieder mal keiner aufgepasst bei den Hurricanes überlaufen worden ein spielentscheidender Move drei Spieler wieder markiert ganz toller Move durch die Mitte so muss Paintball sein das heißt im nächsten Spiel sollten sich die Hurricanes darauf konzentrieren eben das zu verhindern zweimal auf die genau gleiche Weise das Spiel verloren so Syndicator auf dem Weg ins Feld ebenso Coming Etchers die gerade mal im letzten Spiel im letzten Punkt sowas von keine Chance hatten ja die werden daraus gelernt haben 10 Sekunden 10 Sekunden Game On Und da gehen schon direkt beim Breakout zwei Spieler von Coming Etchers und Syndicate bekommt ein One-For-One damit ist wieder alles offen und noch ein One-For-One allerdings auf der Gegenseite und Syndicate auf dem Weg Steffen Laubach zum Buzzer es gab zwei One-For-Ones gegen Coming Etchers auf Offenbach auch hier wieder ganz klar wenn du nicht raus gehst du bist getroffen gehst nicht raus dann gibt es eine Strafe und in dem Fall war die Spieler entscheidend zwei Strafen vier Spieler letztendlich raus klarer Punkt für Syndicate die allerdings auch ein One-For-One bekommen haben so in Blau nach einem Seitenwechsel von links startend Concilium Day aus Zürich gegen die Cologne Hurricanes werden die Cologne Hurricanes aus den letzten zwei Spielen gelernt haben werden sie probieren den Randfuhr durch die Mitte aufzuhalten oder hat CD umgestellt und hat sich was anderes einfallen lassen wir werden es sehen Game On so Concilium verliert den ersten Spieler direkt auf dem Weg in seine Deckung und der nächste Spieler von den Hurricanes geht am Hopper getroffen vom Feld und der nächste Spieler von den Hurricanes geht Beide Teams spielen sehr auf Sicherheit sind noch keine spielentscheidenden Deckungen irgendwie erreicht worden und da passiert was CD rückt einen Spieler vor von hinten und noch ein Spieler geht muss gehen ganz klar markiert Concilium Concilium ist in die Snake vorgezogen aber auch sicher angekommen Herr Steiner von den Hurricanes ist eine weitere Deckung vorgerutscht befindet sich auf den 30s das war's für den Snake Spieler von Concilium hat den Snake Spieler rausgenommen so wie es scheint und ist markiert unfassbar unfassbar was ist da passiert war das etwa ein Deadmaneswalk unfassbar er macht es immer wieder Christoph Wirschi Wüterich die Coolness in Person die Bergziege wir erinnern uns hat ein Markierer defekt gehabt und besitzt die Coolness im Spielfeld am Rand an allen vorbeizulaufen zum Buzzer und macht eben das worauf es hier ankommt er drückt den Buzzer es geht nicht nur darum Spieler zu markieren letztendlich ist das Ziel den Buzzer zu drücken und wenn man so eine coole Sau ist wie der Wüschi dann geht man einfach am Rand entlang die anderen Spieler denken der wird wohl markiert sein so langsam wie der sich wegbewegt Wüschi zum Buzzer hat den gedrückt und das Spiel gewonnen Game on Syndicate gegen Etja Kamen Etja nur mit 4 Leuten gestartet der fünfte hat es nicht in time geschafft einer von den vier ist schon markiert sprich sie sind jetzt schon nur noch zu dritt Syndicate verliert einen Spieler drei Spieler bei Etja drin Entschuldigung zwei Spieler nur noch gegen vier Spieler von Syndicate und da kommt Steffen Laubach durch die Mitte Patrick Bobel zieht nach Malte Bormann der Snake ganz klarer Punkt Syndicate sodass wir in der Begegnung ein 3 zu 0 haben in beiden Begegnungen 3 zu 0 wobei mein Spieler des Tages bislang auf jeden Fall der Wischi der Wischi von CD ist wir erinnern uns die Aktion heute morgen wo er durch das Millennium M gehüpft ist den Spieler markiert hat der vom gegnerischen Team dort drin lag oder auch gerade der Deadman's Walk das kann man nur bringen wenn man über jahrelange Spielerfahrung verfügt und die auch ausspielt so langsam wird es eng für den Aufsteiger aus der zweiten Bundesliga CD nimmt noch einen Timeout einen wertvollen Zeitgewinn irgendein Markierer Problem muss behoben werden Ersatzmarkierer beigeschafft werden die Hurricanes klatschen sich nochmal ab die wissen jetzt geht es um alles wenn sie das Spiel verlieren geht die Partie an Concealum Day ja guck kommt der CD-Spiel der letzte mit einer frischen Knarre aufs Feld so die Sonne lacht herrliches Paintball Wetter hier in Solms-Albshausen auf dem wenn nicht besten Turnier Paintball Spielfeld Deutschlands der Draxus Arena 10 Sekunden 10 Sekunden Game on! Concilium ist schon wieder im M Concilium ist direkt auf der gegnerischen M-Seite und da passiert es wieder Concilium macht wieder ein Run-Through so diesmal allerdings nicht so erfolgreich wie die letzten Male aber ist noch mit vier Spielern im laufenden Spielgeschehen und die Hurricanes nur noch einen Spieler haben der allerdings jetzt auch markiert wird und Concilium sicher auf dem Weg zum Buzzer Kölner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Coming Etja aus Offenbach gegen Frankfurt Syndicate ausgeht. Syndicate führt 3 zu 0, das heißt Etja muss unbedingt einen Punkt machen, ansonsten war es das hier vor der Mittagspause. Ten Seconds sind angezählt. Game on! Syndicate verliert den ersten Spieler, Kamenetja noch vollzählig und bis ins M vorgekommen. Und auch der nächste Syndicate-Spieler geht, aber auch von Kamenetja geht ein Spieler so, als gibt es einen Run-Through durch die Mitte, aber gut abgewertet. Absolut erfolglos. Kamenetja dreht hier auf, weiß, dass es für sie um alles geht in dieser Begegnung. Und ein 2 gegen 1, zwei Spieler von Kamenetja gegen ein Spieler von Syndicate. Und jetzt ist es nur noch ein One-on-One. Und da zeigt sich mal wieder die absolute Nervenstärke der Spieler bei Frankfurt Syndicate, die eben ihre jahrelange internationale Erfahrung hier ausspielen können. 1 gegen 1. Letztlich eine sehr spannende Situation. Der Spieler von Kamenetja moved langsam vorwärts, die Snake entlang. Wer behält die stärkeren Nerven? Wer macht den ersten Fehler? Kamenetja zum Buzzer. Kamenetja in einem spannenden One-on-One sichert sich die Chance auf ein weiteres Spiel. Mach den Punkt, der Marshall sagt, der Spieler ist sauber. Damit Punkt für Kamenetja. Zum 1 zu 3 gegen den amtierenden deutschen Vizemeister Frankfurt Syndicate. Das heißt Syndicate hat drei weitere Möglichkeiten einen Matchpunkt zu machen. Immer noch eine sehr enge Situation für Kamenetja. Frankfurt Syndicate will dieses Jahr Deutscher Meister werden. Kann es überhaupt nicht ausstehen, letztes Jahr nur Vizemeister zu werden. Und die wissen, dass gerade am Anfang es entscheidend ist, kein Spiel abzugeben. Direkt am Anfang voll in die Saison 2012 durchzustarten. So, wir haben noch 5 Minuten 56 Restspielzeit. Ist also Zeit genug für Kamenetja noch drei Punkte zu machen. Zeit genug für Syndicate einen zu machen. Und Syndicate ist jetzt heiß. Man weiß aus eigener langjähriger Erfahrung, wenn die Jungs eins nicht leiden können, dann ist das Verlieren. Erst recht nicht gegen ein Team aus Offenbach. Da gibt es eine langjährige Rivalität. Wir erinnern uns an Spielsituationen von Paintball-Legenden wie Gernot Müller auf Syndicate Seite und Alexander Schwesig auf Kamenetja Seite. Da gab es Rivalitäten, die auch in Worten heiß ausgetragen wurden. So, letzte kurze Instruktionen bei Syndicate. Kamenetja hat ein kurzes Time-Out genommen, um die Bärgern die Ersatzkanone beizuschaffen. Ja, geile Nummer, Wischi. So, Kamenetja auf dem Weghausfeld. Dieses Jahr verstärkt durch Maximus Lundqvist, einer weltweiten Paintball-Legende. Früher Joy Division, aber jetzt international bei allen möglichen Teams spielen, wie den Scorpions aus Italien. aber auch auf dem Bach Etja. So, gleich geht es los. Spannung steigt. Syndicate führt 3 zu 1. Muss also nur noch einen Punkt machen. Zum verdienten Gewinn gegen Kamenetja. 10 Seconds sind angezählt. Game on! Beide Teams kommen erfolgreich in ihren Deckungen an. Etja ist weitergezogen ins Millennium M in die Mitte. Alle Spieler im Spiel. Syndicate verliert einen ersten Spieler. Syndicate verliert den Backcenter. Und Syndicate verliert einen weiteren Spieler. Was ist da los? Kamenetja mit allen Spielern im laufenden Spielgeschehen. Kamenetja geht langsam durch das M vor. Kamenetja im M Tower. Zieht nach, zieht nach. Zwei Spieler im M. Von Kamenetja. Patrick Wrobel wird markiert am Kopf. Über die 50s. Ganz klarer Vorteil für das Team aus Offenbach. Die wiederum jetzt einen Spieler verlieren. Viert Käschen kommt. Zieht nach! Zieht nach heute nicht cock! Zieht nach höher. Der weitere der nächsten Syndicate-Spieler ist raus, nur noch einer übrig. Und der ist auch markiert, wow! Maximus Lundqvist über den Tipi-Arm der Tower-Seite macht letztlich die entscheidenden Hits für Coming Etia, die 2 zu 3 aufschließen. Wer hätte das gedacht? Ich, ich hab's gesagt. Unglaublich, damit hätte keiner gerechnet. Was ist los mit Syndicate? Wir müssen irgendwie die Boxen rausziehen, dass man drüben nicht mehr hört. Du gehörst quasi dagegen. Nicht nur dagegen, man hört aber nicht mehr. 2 zu 3, bzw. 3 zu 3 für Frankfurt Syndicate. Immer noch 2 Match-Bände möglich für Syndicate. Und Sven, nur so zur Info, du wirst von allen im Chat dazu verdonnert, nachher ein Interview zu geben. Er winkt ab. Ich glaube, du kommst nicht drum herum. Die Marshals besprechen sich nochmal kurz. Diese letzten Begegnungen vor der Mittagspause. Oh Sven, wenn du sehen könntest, was jetzt im Chat abgeht. Du willst dir gar nicht so viele Feinde machen. Du hast doch schon so viele. Syndicate geht aufs Feld. Auf geht's! Werden sie jetzt den Sack zumachen. Den entscheidenden 4. Punkt. 2. Punkt. 3. Auf geht's, du! Mach mir weg! So, Coming Etia kommt ebenfalls aufs Feld. 10 Sekunden sind angezählt. Go! Kamen Etia verliert ein Spieler beim Breakout Syndicate allerdings genauso. Der Kamen Etia move ins M. Kommt dort sauber an. Patrick Frobel sieht den Spieler im Millennium M von Coming Etia, von dem er gerade richtig Druck kriegt. Da kommt Maximus Lundquist. Holt sich Patrick Frobel. Wird selber markiert. Coming Etia mit 3 Spielern im laufenden Spielgeschehen. Syndicate ebenfalls mit 3 Spielern. Etia in den deutlich besseren Positionen. Ja. Sie müssen es nur umsetzen. Und der Syndicate Spieler ist raus. 2 Syndicate Spieler gegen 3 Kamen Etia Spieler. Und auch da ein weiterer Treffer gegen Syndicate. Und ein weiterer Syndicate. Ein Syndicate Spieler gegen 3 Kamen Etia. Und das war's. Der Syndicate Spieler wird markiert. Damit schließt Offenbach Coming Etia auf zum 3 zu 3. Der Marshall checkt den Spieler von Coming Etia. Der ist sauber. Und damit sind wir in einer unentschiedenen Situation. Unglaublich. Jetzt checkt man die Spielzeit. Coming Etia schließt auf zum 3 zu 3, nachdem sie sehr deutlich hinten gelegen haben. Diese Nervenstärke muss man erstmal haben. gegen den amtierenden deutschen Vizemeister Frankfurt Syndicate. Einem der erfahrensten Teams in der deutschen Pinball Liga. Und auch Syndicate muss schauen, dass sie jetzt nervenstark bleiben. Ok. Das wird tough. Wir haben noch 2 Minuten Restspielzeit. Das ist nicht viel. Mittagspause ist übrigens nach dem Block, der gerade läuft. Sprich nach diesem Punkt hier jetzt, wenn's denn dann einen geben wird. Wenn wir nicht in Overtime gehen. Eine Minute noch, dann geht es weiter. Die Nerven liegen sicherlich bei beiden Teams blank. Eine 3 zu 3 Situation. In der alten Rivalität zwischen Coming Etia aus Offenbach, die jetzt nach einem Seitenwechsel von der anderen Seite starten. Ganz in Rot. Gegen die in Deutschlandfarben spielenden Vizemeister aus Frankfurt. Frankfurt Syndicate. Syndicate nimmt einen Timeout. Ein Timeout ist wie beim Basketball eine Verzögerung, um Strategien nochmal durchzusprechen. sich sauber zu machen zwischen den Punkten. Schauen wir, wer zuerst die Nerven verlieren wird. Wobei ja Syndicate eigentlich aggressiv spielen muss. Denn die meisten Punkte machen sie, wenn sie durch die Mitte gehen. Wenn sie von Anfang an eben nicht verhalten spielen, sondern schön pushen. So, 10 Sekunden, dann wissen wir was los ist. Game on! Coming Etia verliert den ersten Spieler. Syndicate geht vor. Patrick Wobel, ganz starkes Spiel. Über die T-Pack Fifties. Markiert auch einen weiteren Spieler. Nämlich den Center Cake. Nur noch zwei Spieler drin bei Coming Etia. Syndicate buzzert. Aufregung neben dem Tower. Und der Punkt wird für Syndicate gegeben. Das heißt, das Spiel, die Partie geht an Frankfurt Syndicate, den amtierenden Vizemeister, der dieses Jahr auf dem Weg sein will, der deutsche Meister zu werden. Es wird noch ein langer Weg. Und es wird sicherlich auch nicht so funktionieren, indem man 3 zu 4 spielt. Da müssen sich die Jungs noch ein paar mehr Sachen einfallen lassen. Aber das letzte Spiel konnte ganz klar zeigen, dass die Jungs können, wenn sie wollen. So, wir verabschieden uns jetzt in die Mittagspause. Empfehlen euch, den Zuschauern hier vor Ort, eine leckere Wurst oder ein leckeres Steak zu genießen. Dazu eine Apfelsaftschorle. Und ja, wir sehen uns dann anschließend im nächsten Block direkt mit einem weiteren Knallerspiel. Rammstein Instinct gegen die Jungs aus Köln, Cologne Predators bzw. Düsseldorf Reckles gegen JA Factory. Düsseldorf Reckles gegen JA Factory Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020